Hey you Leute, CrimeX hier, was geht ab, ihr Paul Berger, herzlich willkommen zurück zu GTA 5 RP, Leute, wir sind hier bei unserem wunderschönen Zuhause, Leute, lasst auf jeden Fall wieder mal ein Like und ein Abo da und wir machen heute mal wieder Richtig-Action, mal gucken, was heute so abgeht in der Stadt, aber bevor es losgeht, noch kurz Werbung in eigener Sache und zwar ab sofort könnt ihr mein zweites Buch vorbestellen auf Amazon, Thalia und überall, wo es Bücher gibt, Leute, das erscheint am 4. Oktober, checkt das gerne aus, Leute, und in meinem Shop gibt es jetzt auch wieder die Caps und die Shirts in allen Größen, also checkt das auch gerne aus, iCrimeX.shop, ihr wisst Bescheid, Leute, aber ich würde sagen, Leute, wie gesagt, wir schnappen uns jetzt hier erstmal unser Auto, fahren mal in die Stadt und schauen mal, was heute so abgeht, Leute, oh, äh, Leute, warum kommt hier Polizei? Ich hab nichts gemacht, ich hab nichts gemacht, Polizei, äh, Leute, was wollen die denn jetzt hier gerade? Ja, wir sind, äh, sind Sie der Besitzer dieses Hauses? Ja, ich bin der Besitzer des Hauses. Gut, ähm, wir sind, äh, auf grad Mission, die ganze, äh, Vespucci Beach bis hin hier hoch wird abgeriegelt und wir bitten alle Leute, sich zu evakuieren. Hä? Ähm, warte mal, sie sind gar nicht hier, um mich zu verhaften. Nein, ich bin hier, um sie in Leben zu retten. Der Megalodon-Heu ist wieder unterwegs. Was? Na, nein, das kann nicht sein, das, das, das geht nicht. Der wurde vor zwei Jahren von mir und meinem Kumpel Touren, äh, ausgerottet. Ja, äh, gibt da wohl ein paar Sachen. Wir werden ja nicht einfach kommen, wenn das eine Stabsidee wäre, ja? Hier sind ziemlich viele Leute, äh, die Ärger machen. Ähm, ja, okay, alles gut und jetzt muss ich hier mein Haus verlassen, weil ich hier direkt am Meer wohne, oder was? Richtig. Ähm, ja, okay, ich geh nur noch mal kurz rein, ein paar Sachen packen, ja? Alles evakuieren und gehen sie hier raus, ja? Ja, 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 ich verlasse das Grundstück, ja, ja, ja. Ähm, sie können wieder rein, wenn er geschnappt wird, aber zurzeit ist es schwierig, wir wissen nicht. Das kann einen Tag dauern, zwei Tage, eine Woche oder ein paar Monate. Okay, alles gut, ja, danke, Officer. Leute, habt ihr das gehört? Der Megalodon-Heu ist wieder da. Leute, vor über zwei Jahren haben wir den doch vernichtet mit Touren, wisst ihr das noch? Oh mein Gott, und jetzt sagt die Polizei sogar, dass wir das Haus verlassen sollen, weil wir hier direkt am Meer wohnen. Weil, Leute, der Megalodon-Heu, ihr kennt den noch damals, der war so groß, der hat sogar ganze Boote auf einmal aufgefressen und zerstört. Ey, Leute, das ist krass. Wisst ihr was? Lasst uns mal kurz hier den Fernseher anmachen, wir hören mal kurz in die Nachrichten rein, ob das hier stimmt, nicht, dass das hier irgendwie wieder so ein Trick von der Fake-Polizei oder sowas ist und die mich ausrauben wollen. Wir werden jetzt hier mal kurz einen Blick in den Fernseher reinwerfen. So, einmal, zack, hier schnell Fernseher anmachen, Leute. Oh, Leute, da läuft ja wirklich gerade ein Bericht da drüber. Wir berechnen die Show für eine wichtige Durchsage. Und zwar, der Megalodon ist wieder draußen. Meine sehr verehrten Zuschauer, wir geben Sicherheit. Meilen Sie das Meer. Die ununterbrochene Ausgabe von Müll in das Meer von Human Labs hat dafür gehört, dass die Megalodon wieder zurückkommt. Halten Sie sich vom Meer fern. Sollten Sie trotzdem nach dem Megalodon suchen und ihn erledigen. Ein Kopfgeld von 10 Millionen Dollar wurde auf ihm ausgesetzt. Die Polizei und der Präsident empfehlen Ihnen trotzdem, zu Hause zu bleiben. Bleiben Sie sicher, Los Santos. Möge Gott uns alle schützen. Oh mein Gott, Leute. Die Nachrichten sagen es auch. Es ist wirklich real. Der Hai Megalodon oder Megalodon Hai oder wie die Teile heißen, ist wieder da, Freunde. Und alles nur wegen dem Human Labs Labor, weil die da ihre Chemikalien immer ins Meer reinkippen. Aber, Freunde, wisst ihr, was ich auch gehört habe? Dass es ein Preisgeld oder ein Kopfgeld von 10 Millionen gibt, wenn wir den Megalodon Hai stoppen. Äh, Leute, denkt ihr das Gleiche, was ich denke? Weil ich glaube, wir könnten das Geld wirklich gebrauchen, Freunde. Aber das Ding ist, ich habe nicht mal ein Boot. Ich habe so ein kleines Chatski da irgendwo am Wasser stehen. Aber mit einem Chatski traue ich mich jetzt auf jeden Fall nicht aufs Wasser raus. Wir müssen uns jetzt erstmal ein bisschen ausrüsten, Leute. Ich brauche krasse Waffen. Ich brauche ein großes Boot. Ich brauche keine Ahnung was, Leute. Wir müssen uns so weit wie möglich ausrüsten, sodass wir den Megalodon Hai stoppen können, Leute. Weil ich sage es euch, das ist wirklich kein normaler Hai, Leute. Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal kurz zum Bootshop und werden uns da was kaufen, Leute. Let's go. Leute, wir müssen auf jeden Fall nur ein bisschen auf unser Geld achten, weil wir haben leider nicht mehr so arg viel Geld. Und das Geld für den Megalodon haben wir ja auch noch nicht verdient. Wir haben gerade nur noch eine Million Dollar. Und das müssen wir jetzt sehr gut investieren, Leute. Hier ist der Bootshandel. So, da schauen wir mal. Hier sind ein paar Sportboote. Und, oh, da ist ein riesen Superjacht. Verdammt, 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 verdammt. So was brauchen wir. Äh, ja, moin Meister, alles gut? Hallo, gut, hallo. Hey, Sie kommen genau zu dem richtigen Zeitpunkt. Genau heute ist ein Mega-Angebot. Wir machen Superrabatte. 50% auf alles. Superrabatte. Ah, hat das was mit dem Megalodon-Hai zu tun, dass niemand mehr aufs Wasser fahren will? Ach, Quatsch. Das ist nur Werbung. Ich glaube, deswegen macht er hier so gute Preise, weil gerade niemand aufs Wasser fahren will. Ja, wissen Sie was? Ich habe keine Angst vor dem Megalodon. Ich suche den sogar. Ich jage den. Also, ich habe eine Million Dollar. Was können Sie mir verkaufen? Die Riesenjacht da hinten. Perfekt. Nein, also die kostet selbst im Rabatt, kostet die noch 25. Oha, okay. Die können wir uns nicht leisten. Äh, was kriege ich denn für eine Million hier? Warten Sie, das U-Boot kostet 4 Millionen. Was? Das U-Boot kostet allein 4 Millionen? Ich habe gehofft, das kriegen wir. Mit Geschütz kostet 1,5 Millionen. Wir können Ihnen für genau eine Million das kleine Boot hier anbieten. Das kleine? So ein kleines Schlauchboot? Ja, ja, ja. Der Megalodon-Hai ist das doch zum Frühstück. Der zerfrisst das doch direkt. Sie brauchen was Großes. Ja, was Großes. Ja, wir haben ja noch das Boot da hinten. Das kostet nur 500.000. Alter, das ist irgendein alter Hafenschlepper. Aber wenigstens ist das aus richtigem Metall, Leute. Das könnte vielleicht das... Ja, von mir aus, okay, 500.000 hier. Oh, danke schön. Leute, ihr seht, minus 500.000 hier. Okay, Leute, wir haben auch gerne... Aber, ihr machen... Sie sagen jetzt den Freunden, wenn sie Bote suchen bei mir. 50% heute. Ja, okay, okay, tschüss. Okay, Leute, wir gehen da jetzt mal rüber. Wir haben jetzt noch 500.000 Dollar übrig. Aber wir brauchen natürlich auch noch Waffen, Leute. Weil mit dem Megalodon-Hai sollten wir uns nicht ohne Waffen anlegen. Wir fahren jetzt mal noch schnell zum Waffenhändler. Und dann werde ich mal gucken, was der mir alles geben kann, Freunde. Ja, wir müssen uns einmal komplett ausrüsten. Let's go. So, Leute, okay, wir fahren hier zum Waffenhändler. Ich hoffe, der hat auf jeden Fall richtig starke, krasse Waffen für uns, Leute. So, wir gehen da jetzt mal rein. Äh, moin, Meister. Äh, moin, Meister. So. Willkommen bei Ammonation. Ich brauche einmal das volle Programm. Ich will den Megalodon-Hai stoppen. Ah, nicht schon wieder ein. Ah, ja, gut. Hä, was heißt denn schon wieder eine? So, pack mir das mal ein. Gib mir das volle Programm. Und am besten noch irgendeine Spezialwaffe oder sowas. Da ist noch eine. Oh, Leute, die Spezialwaffe ist ziemlich teuer. Ja. Äh, wie, was hast du denn für eine Spezialwaffe? Pass mal auf, hier haben wir erstmal die Grundausrüstung, ja, das Waffenpaket, äh, Los Santos-Style. Aha. So, hier einmal, kann sich ausrüsten. Und hast du irgendwas für den Megalodon-Hai? Pass auf, in der Kiste hier befindet sich eine Sniper mit einer Spezialmunition. Die Frage ist nur, schau mal, das Gesamtpaket kostet 200.000, richtig? Oh, okay, ja. So, dann haben wir die Spezialwaffe, die kostet nochmal, die kostet 200.000. Aha. Und die Spezialmunition dafür kostet pro Schuss 100.000. Was? Ähm, also ich... Also, welchen Schuss willst du davon kaufen? Also, mein Gesamtbudget ist 500.000 Dollar. Ja, also, warte mal, dann kannst du dir das Gesamtpaket holen, die Superwaffe, Super-Sniper. Ja, und ein Schuss. Aber der Schuss muss dann sitzen, aber der Schuss reicht aber aus. Ein Schuss. Und der Schuss kann dann auch den Megalodon-Hai erledigen? Richtig. Es ist eine super, ähm, ähm, Patrone, die mit verschiedenen chemikalischen Zusammensetzungen haben ist. Sobald sie mit hoher Geschwindigkeit auf Luftwiderstand reagiert, gibt es eine bestimmte Explosion. Darf ich dir hier einmal testen, damit ich auch weiß, dass du mir hier keinen Müll verkaufst? Weißt du was? Gut, wenn du die Sachen kaufst, darfst du... Ja, ich kauf die. Hier, meine Karte. Ja, gut. Okay, gib die Waffen her. Gut. Okay, also jetzt mit der Sniper sagst du, da ist jetzt so ein Spezialschuss drin, oder was? Ja, richtig. Komm mal hin. Okay, Leute. Warte mal. Also, wenn das jetzt hier stimmt, was er sagt, dann können wir da mit den Megalodon-Hai stoppen. So. Oh mein Gott. Okay, wir sind hier auf dem... Okay, ich schieße jetzt mal. Drei. Ja. Zwei. Eins. Wow! Leute, habt ihr das gesehen? Das leuchtet ja so grün. Pass auf, das ist eine unterakzidische Reaktion. Aha. Und die bringt jeden zum Schlafen. Okay, gut zu wissen. Okay, tschüss. Ja, tschüss. Aber jetzt ist ein Schuss, der muss sitzen. Okay, Leute, wir haben nur einen einzigen Schuss, der uns nur verkauft, weil ein Schuss 100.000 Dollar kostet mit dieser Waffe. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir auf die Jagd nach dem Megalodon-Hai. Wir haben unsere Waffen. Wir haben unser Boot. Let's go. Wir werden ihn finden. Wir holen uns das Kopfgeld von 10 Millionen Dollar, Leute. Okay, Freunde, so, hier ist unser, ähm, ja, unser superschönes, modernes Boot, Leute. Das ist irgendein alter Hafenschlepp, aber mehr haben wir für unser Geld nicht bekommen. So, okay, dann würde ich sagen, Leute, wir werden da jetzt mal draufsteigen. Oh, schnell aus dem Wasser raus, schnell aus dem Wasser raus. Aha. Schnell aus dem Wasser raus. Ich habe Angst, Leute, sobald man hier im Wasser ist. Oh, Gott. Hier könnte jederzeit der Megalodon-Hai kommen. Ich hoffe überhaupt, das Boot wird dem, äh, hier gewachsen, Leute. Okay, dann einmal einsteigen und dann volle Kraft voraus. Wir müssen überlegen, Leute, zuletzt wurde der Megalodon-Hai nämlich da beim Human Labs-Labor irgendwo gesichtet, weil da wurde er, sag ich mal, erzeugt, Leute. Dadurch ist diese Mutation entstanden. Das heißt, Leute, wir werden uns jetzt auf den Weg machen zum Human Labs-Labor. Das ist, aber dafür müssen wir erstmal über den gesamten offenen, weiten Ozean fahren, Leute. Und dann würde ich sagen, Freunde, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich hier vielleicht was Verdächtiges sehe, Freunde. Let's go. Okay, Freunde, wir sind hier auf dem offenen Meer. Äh, wir fahren in Richtung Human Labs-Labor. Bis jetzt sieht hier wirklich alles relativ entspannt aus. Ich habe noch kein... Höh, da fährt ja noch jemand. Moin, Meister. Ey, was machst du denn hier, Senior? Ja, ich suche Megalodon. Was machst du denn hier? Ey, ich suche nicht einen Megalodon. Ich werde ihn platt machen. Gucken, was ich hier habe. Oh, halt. Wenn er kommt. Ja, aber dein Boot ist ein bisschen klein. Also, wenn da Megalodon gleich kommt, dann weiß ich nicht. Ich habe da keine Angst. Oh, da ist ins Wasser gefallen. Komm aus dem Wasser raus. Ich sehe ihn noch nicht. Der Megalodon wird durch den Männchen-Goch im Wasser angelockt. Ey, du solltest wirklich nicht ins Wasser gehen. Ey, das ist... Ja, ja, ja. Die Leute wissen nicht, worauf die sich einlassen. Ich habe Megalodon vor zwei Jahren schon gesehen, Leute. Was ist da unter mir? Hä? Mein Boot wackelt. Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Leute. Ich glaube, Megalodon ist irgendwo hier. Oh, Leute. Er muss hier irgendwo unter mir sein. Oh mein Gott. Leute, hört ihr das? Hört ihr das? Ich muss einen Funkspruch abgeben. Check, 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 check. Befinde mich östlich der Küste. Megalodon-Kontakt gesichtet. Check, check. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warte mal. Ich schieße hier mal ein bisschen ins Wasser rein. Aber das bringt hier eigentlich gar nichts. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Freunde. Hä? Mein Boot wackelt. Mein Boot wackelt. Warum wackelt mein Boot zu und her? Ich glaube, der hat mich gestrichen, äh, gestriffen, Leute. Ich glaube, der hat mich ein bisschen gestriffen. Oh. Oh. Leute, der rampt mich. Der rampt mich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Volle Kraft voraus. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der rampt mich, Leute. Der muss hier irgendwo unter mir sein. Der muss hier irgendwo unter mir sein. Ich versuche hier ein bisschen nach vorne zu fahren. Wir müssen aufpassen. Irgendwo hier muss er sein, Leute. Oh, 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 oh. Okay, wir sind eben ganz dicht auf den Fersen, Leute. Das Problem ist nur, ich muss ihn sehen, sonst können wir ihn nicht stoppen. Oh. Leute, jetzt auf einmal ist hier wieder alles gut. Der muss hier irgendwo sein. Gerade eben hat mein Boot hier so hin und her gewackelt. Leute, wir müssen ihn irgendwie stoppen. Ich brauche vielleicht härtere Waffen. Ich brauche härtere Waffen, Leute. Ich werde mal hier so ein paar Granaten ins Wasser reinschießen. Damit können wir den vielleicht hier so ein bisschen rauslocken. Und zack. Und zack. Ein paar Explosionen. Das juckt ihn aber, glaube ich, nicht, Freunde. Scheint alles ruhig zu sein gerade. Wisst ihr was? Ich glaube, ich werde mal kurz ins Wasser reinschauen. Das ist jetzt zwar ein bisschen lebensmüde, was ich mache. Aber für die 10 Millionen. Okay, Leute, wir gucken mal unter Wasser. Und let's go. Leute, der Ries-Megalodon ist hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Schnell, schnell, schnell. Ich muss wieder aufs... Oh mein Gott, oh mein Gott. Leute, der ist unter mir. Der stoppt nach mir. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wir müssen hier schnell wieder aufs Boot rauf. Schnell aufs Boot rauf. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott. Oh, das war knapp. Das war ein ganz knappes Ding, Leute. Fast hat er mich aufgefressen. Okay, er ist hier, er ist hier, Leute. Seht ihr die Riesenflosse? Er ist hier. Okay, wir müssen jetzt stoppen. Wir müssen stoppen. Er versucht, mein Boot umzuwerfen. Solange ich im Boot bin, kann er mir nichts anhaben. Solange ich hier drin bin, kann er mich nichts anhaben. Aber er will das Boot umwerfen. Okay, 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 okay. Ich versuche hier ein bisschen wegzufahren. Ich versuche hier wegzufahren. Oh mein Gott, nein. Das Boot wackelt zu hin und her. Oh mein Gott. Oh mein Gott, er ist hier irgendwo straight unter mir. Er muss hier irgendwo unter mir sein. Leute, Leute. Warte mal, ich habe doch auch noch diese Spezialwaffe. Ich habe doch auch noch die Spezialwaffe gerade gekauft, wo die Munition 100.000 Dollar kostet. Vielleicht kann ich ihn damit stoppen. Ich muss nur warten, bis ich ihn sehe. Okay, wir nehmen das Scharfschützengewehr raus. Wir nehmen das Scharfschützengewehr raus. Okay, wo ist er, Leute? Oh mein Gott, Freunde. Oh mein Gott, ich höre ihn hier. Ich höre ihn hier auch. Oh. Boah. Habt ihr das gesehen? Hier war gerade die Flosse. Hier war gerade die Flosse gewesen. Da ist er auch die Flosse. Okay, Leute. Wir schießen jetzt auf ihn in 3, 2, 1. Boom. Ha ha. Wow. Leute, haben wir ihn besiegt? Er ist weg. Er ist weg, Leute. Er ist weg. Ich sehe ihn nicht mehr. Okay, Leute. Haben wir ihn gerade erledigt? Hat der Schuss was gebracht? Ich glaube, wir müssen noch mal kurz unter Wasser schauen. Oh. Äh, Leute. Leute, warum wackelt das Schiff doch noch so weit hin und her? Äh. Oh. Oh. Oh, 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 Leute. Ich glaube, ich glaube, das hat ihn nicht erledigt. Wir haben ihn nur noch wütender gemacht. Oh, oh, oh. Nein. Er ist immer noch da. Oh, 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 oh. Okay, ich werde jetzt alles auf ihn drauf feuern, was ich habe. Ich werde alles auf ihn drauf feuern, was ich habe. So, oh mein Gott, nein. Jetzt haben wir ihn richtig wütend gemacht. Wir haben ihn richtig wütend gemacht. Und komm her. Wo bist du? Da ist er. Da ist hier seine Flosse. Oh nein, er steuert direkt auf mich zu. Er will mich rammen. Er steuert. Oh mein Gott, Leute. Wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Oh, Leute. Oh mein Gott, wir müssen weg. Und auf einmal ist hier auch noch ein Sturm aufgezogen. Was denn jetzt los? Warte mal, seht ihr das da vorne? Ist das da ein riesiges Skelett? Oh oh. Oh oh, Leute. Denkt ihr das Gleiche, was ich denke? Ich glaube, das hier ist gerade das Kind. Das ist das Baby von dem alten Megalodon. Und hier vorne ist das Skelett von dem Megalodon, den Tur nur nicht damals zerstört haben. Das heißt, Leute, der Megalodon damals hat ein Baby. Und jetzt kommt das Baby und will sich hier bei uns rächen. Das muss hier das Skelett von dem alten Megalodon sein. Oh mein Gott. Okay, wir sind hier mitten im Jagdgebiet. Wir sind hier mitten im Jagdgebiet. Wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Und das Problem ist, die Spezialmunition hat absolut nichts angerichtet, Freunde. Was können wir machen? Wie können wir ihn sonst stoppen? Die ganze Munition bringt alles nichts. Und er kann mich mit gefühlt einem Bissen zerstören hier. Oh mein Gott. Wir müssen hier weg, bevor er mein Boot zerstört. Bevor er mein Boot zerstört, müssen wir hier unbedingt weg. Oh, schnell, 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 Leute. Oh, das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt gar nicht gut. Warte mal, Leute. Ich habe aber eine Idee. Ich habe eine Idee, Freunde. Und zwar, dieses Monster wurde im Human Labs Labor erzeugt. Vielleicht finden wir auch im Human Labs Labor die Lösung. Und ein Gegenmittel oder eine Waffe, mit dem wir den Megalodon halt zerstören können, Leute. Wir müssen da hin. Wir müssen zum Ort der Entstehung hin, Leute. Let's go. Okay, Freunde. Hier vorne ist das Human Labs Labor. Wir sind jetzt gleich angekommen. Das ist hier direkt am Wasser. Hier haben die immer ihre Chemikalie ins Wasser gekippt. Nur wegen den Bummis, Leute. Gibt es hier überhaupt diesen Megalodon-High? Oh, oh. Habt ihr das gerade gehört? Oh, oh. Leute, ich glaube, wir werden wieder verfolgt. Hört ihr das? Ich glaube, der hat gerade mein... Ich glaube, der hat gerade das Schiff geschraubt. Nein, die Flosse. Oh. Oh, Leute. Er hat das Schiff gerammt. Oh. Oh, mein Gott, Leute. Oh, oh, Leute. Äh. Äh, Leute. Der Motor von meinem Schiff ist kaputt. Ich kann nicht mehr fahren. Hä? Da kommt Feuer raus. Mein Schiff brennt. Oh, nein, 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 nein. Leute, der Hai hat das Schiff zerstört. Oh, hab ich ein Feuerlöcher? Ich brauche ein Feuerlöcher. Oh, das ist gar nicht gut, Leute. Ich kann doch nicht hier vom Schiff runter, wenn das Ding gleich explodiert. Oh, löschen, 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 löschen. Oh, nein, 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 nein. Oh, mein Gott, nein. Er hat das Schiff zerstört. Er hat das Schiff zerstört. Oh, löschen, 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 löschen. Oh, nein. Freunde, das ist gar nicht gut. Das Schiff geht unter. Das Schiff geht hier unter. Wir müssen hier runter. Oh, oh. Okay. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wir müssen hier aus dem Wasser raus. Wir müssen aus dem Wasser raus. Oh. 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 Oh, ich höre ihn. Ich höre ihn, Leute. Warte mal. Aber wisst ihr, was ich noch von früher weiß? Es gab doch hier im Human Labs Labor einen geheimen Eingang unter Wasser. Wir müssen da jetzt einfach nur schnell reinkommen, ohne dass das Ding mich erwischt, Leute. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ich höre ihn, ich höre ihn, ich höre ihn. Oh, er ist bestimmt direkt hinter mir. Oh. Oh, oh. Oh, schnell. Schnell, 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 schnell. Hier vorne muss der Eingang sein. Hier vorne muss der Eingang sein. Oh, Leute. Da vorne ist der Eingang. Da vorne ist der Eingang. Oh. Oh. Er ist hinter mir. Leute. Oh. Komm, 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 komm. Komm, schnell rein. Oh. Oh mein Gott. Hier passt er nicht rein. Hier kann er nicht reinpassen. Oh mein Gott, Leute. War das knapp. Alter. Alter. Habt ihr das gerade gesehen? Okay, der ist da draußen. Der ist immer noch da draußen. Der kommt hier nur nicht rein, weil das hier zu eng für den ist. Okay, Leute. Ich schwimme hier weiter. Ich schwimme jetzt hier weiter. Wir müssen jetzt ins Human Labs rein. Komm, wir müssen eine Lösung finden. Wir müssen ein Gegenmittel finden. Oh. Komm, hier weiter. Hier weiter. Hier weiter. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass hier keine normalen Haie irgendwie drin sind. Oh. Schnell, schnell, schnell hier durch. Oh. Wir müssen den Megalodon High stoppen, um uns die 10 Millionen zu holen, Leute. Oh. Schnell weiter. Die Luft wird auch langsam knapp. Oh. Komm schon. Komm schon. Oh. Oh. Okay, Leute. Die Luft wird knapp. Die Luft wird knapp. Oh. Da oben ist die Wasseroberfläche. Wir sind, glaube ich, angekommen. Ich glaube, wir sind im Human Labs drin. Und komm, 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 komm. Uff. Uff. Und. Oh. Oh mein Gott, ist hier dunkel, Leute. Oh mein Gott, ist hier dunkel. Ich brauche eine Taschenlampe. Okay, erstmal hier schnell am Land schwimmen. Erstmal hier schnell raus. Alter, wo sind wir hier? Das muss hier irgendeine verlassene Halle sein. Okay. Okay. Rein da, rein da, rein da, Leute. Rein da. Uff. Okay, Leute. Das sind sie. Das ist hier. Leute, das sieht so aus, als wäre hier seit Jahren niemand mehr drin gewesen. Hier haben die seit Jahren ihren Abfall ins Wasser reingeh... Oh. Äh, hallo? Hallo? Verdammt, verdammt, verdammt. Hey, sieh da. Was meint ihr denn hier? Ich stelle dir die Fragen, Junge. Ey, du kannst mir keine Fragen stellen. Wie, ich kann dir keine Fragen stellen? Ich kann dich gleich mal mit meiner Waffe bedrohen. Ach ja, du hast eine Waffe? Ah, hier, hier ist meine Waffe. Oh, oh, verdammt. Ja, sag ich doch. Ich bin gerade dabei, den Megalodon zu stoppen. Du willst den Megalodon stoppen? Ich bin dabei, den Megalodon zu stoppen. Wegen euch, Bummis, gibt es den Megalodon überhaupt nur. Ich brauche das Gegenmittel. Ja, schwierig. Den kann man ja gar nicht stoppen. Das Problem ist, seine Haut ist voll mit Titanium. Seine Haut ist mit Titanium. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Die Schüsse bringen gar nichts. Hast du ein Gift oder irgendwie sowas? Hm, ich bin ja überlegen. Wenn wir... Ja, überleg schneller. Der, 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 der draußen sterben Leute. Überleg schneller. Ja, die Leute sind mir egal. Die wissenschaftliche... Die Leute sind mir egal, ne? Das Problem ist, wir müssten halt... Au! Ja, nimm das, Junge. Das Hass davon, die Leute sind dir egal. Aber Titanium hat ein... Au, au, hört doch auf, Mann, ich will dir doch gerade helfen. Ja. So, pass auf, Titanium. Ah, ja. Hat eine Schwachstelle mit konzentrierten Schwefelsäure. Aha. Kann man das Material angreifen, das heißt, wenn wir denn eine Militierung mit Schwefelsäure statt mit Schwarzpulver füllen, können wir seine Haut beschädigen und dann kannst du ihm Schaden anrichten. Okay, dann gib mir so eine Spezialmunition, los. Ja, warte. Mach hin jetzt, Junge, ey. Diese verdammten Wissenschaftler hier immer. Ja, hier. Oh, okay. Das ist ein ganzes, volles Magazin, um es nicht schaffen, dem Hai wirklich Schaden anzumachen. Konzentrier dich auf eine Stelle, am besten hinter der großen Flosse. Dort ist seine Haut nicht so dick. Okay, danke schön. Ich werde es versuchen. Okay, Leute, ihr habt es gehört. Ja. Wenn du scheiterst, darf ich deinen Körper obsessieren? Nein. Ja. Oh, Leute, okay, ihr habt es gehört. Wir haben jetzt hier so eine Spezialmunition bekommen von dem Wissenschaftler und die haben den Megalodon-Hai auch erzeugt, Leute. Ich hoffe, das wird funktionieren. Wir müssen jetzt hier schnell wieder raus, Leute. Let's go. Okay, Leute. So, hier ist immer noch unser kaputtes Schiff. Wenigstens hat er Sturm nachgelassen. Das heißt, das Wasser ist ruhiger und wir können den Hai gleich sehen. Aber, Leute, wir testen jetzt erstmal die Munition, die uns hier der Wissenschaftler gegeben hat. Wir haben jetzt irgendwie hier so Munition mit irgendwie ein paar Drohnen in Schwefelsäure getränkt. Leute, also ich habe damals im Chemieunterricht nicht so gut aufgepasst. Aber wenn das mit der Luft reagiert, müsste das rot leuchten. Wir testen mal, ob wir da was sehen. Drei, zwei, eins und... Wow! Alter, Leute, seht ihr das? Wow! Okay, das muss hier diese Spezialmunition sein. Ich habe, glaube ich, eine sehr gute Idee. Wir werden jetzt mal hier auf unser altes Schiff draufgehen. Und dann werden wir auf den Megalodon-Hai schießen, wenn er kommt, Leute. Ich will mir jetzt hier kurz im Wasser. Der wird dadurch angelockt. Oh, warte, ich sehe da schon eine Riesenflosse. Schnell hoch hier. Oh, oh. Ich habe ihn hier gerade schon gesehen. Da ist er. Da ist er. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Wir müssen ihn jetzt treffen. Drei, zwei, eins. Let's go! Oh, das hört sich gut an. Das hört sich gut an. Das hört sich gut an. Jetzt würde es ihm was anhaben. Oh, und jetzt drauf, jetzt drauf, jetzt drauf. Los, 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 los. Oh, Leute, er hält immer noch so viel aus. Er rammt das Schiff. Er rammt das Schiff. Oh, 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 oh. Oh, mein Gott. Wisst ihr was? Ich glaube, ich glaube, wir müssen unter Wasser gehen. Ich muss unter Wasser gehen, um ihn direkt face-to-face treffen, Leute. Oh, mein Gott. Oh, weißt du, wir nehmen jetzt das Messer. Das Messer ist auch in diesem Schiffel. Oh, mein Gott. Oh, ich glaube, wir haben ihn erledigt. Ich glaube, wir haben ihn erledigt, Freunde. Oh, mein Gott. Wir müssen das checken. Wir müssen das checken. Wir müssen das checken. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Er macht gerade kein Geräusch mehr. Ich glaube, das hat was gebracht. Oh, mein Gott. Oh, wir schwimmen kurz an Land, Leute. Wir schwimmen hier kurz an Land und warten, bis die Strömung den Hai an Land strömt. Wir müssen uns vergewissern, dass wir ihn wirklich außer Gefecht gesetzt haben, Freunde. Oh, mein Gott, Leute. Alter, schaut euch das Ding mal an. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben den Megalodon Hai zerstört. Alter, sieht der krank aus. Guckt euch mal diese riesen Zähne an. Oh, wir haben die Welt gerettet. Und 10 Millionen Dollar kriegen wir jetzt auch noch oben drauf. Haha. Wisst ihr was? Ich werde davon jetzt mal ein Beweisbild machen. So, zack, 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 zack. Und das werden wir dem Präsidenten zeigen, dass der uns hier das Kopfgeld gibt, Leute. 10 Millionen Dollar. Haha. Die Welt ist gerettet. Woo. Aber, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder bei unserem Kumpel Turan. Let's go. Oh, Leute, das ist so perfekt, dass Turans Tempel hier direkt am Hafen ist. Das heißt, wir können da direkt mit unserem Boot hinfahren. Da können wir einfach direkt von unserem Strandhaus zu Turans Tempel fahren. Oh, Leute, schau mal. Hier ist auch die Jacht von Turan. Der hat eine Riesenjacht hier natürlich. Aber gut, Turan ist auch der reichste Mensch. Yo, Turan, was geht ab, Mann? Turan. Ähm. Ah, gut, ja, du kannst hier noch parken. Komm, lieber. Äh, ich dachte, wir sind heute mit meiner Jacht unterwegs. Ähm, Max? Ja? Was, wenn Leute uns sehen? Ach, du willst hier wieder Leute anflexen mit deiner 100-Meter-Jacht, ne? Ja, okay, gut, ich parke die kurz, ja. Aber Turan, heute wieder beste Freundetag, gell? Ja, jetzt go. Haben wir lange nicht mehr gemacht, würde ich mal behaupten. So, parke ich mal meine Jacht hier. Gut, Leute, also ich finde, unsere Jacht ist ja auch schon krass. Aber gut, die von Turan hier, na, wie viel Stockberg hat die? Vier, fünf oder so? Die ist natürlich übelst heftig. So, wir parken einfach mal hier so ein. Das wird schon passen, so, ne? Turan hat bestimmt hier eh den halben Hafen gemietet, die ganzen Stellplätze. Wird schon niemanden stören. So, ich springe direkt rüber auf dein Boot. Let's go. Oh nein, oh Gott, schade. Ja, ey, lach nicht, Turan. So, gut, bin ich halt ein bisschen nass geworden, halb so wild. So, zack, hier einmal hochklettern, Leute. Alter, ey, Turan, deine Jacht, ich hab schon ganz vergessen, wie krass die hier war. Ja, die muss ich mal abgläten, die ist mir noch ruhig nicht zu klein. Wie zu klein, ey, wie viel Platz brauchst du dann? Da geht noch mehr. Alter, Leute, Turansjacht ist richtig krass. Ey, aber Turan, weißt du, was ich mir dachte? Schau mal, hast du schon mal, du kennst doch Timmy, ne? Äh, der Pink-Hallende. Ja, der mit den pinken Haaren, genau. Was mit dem? Schau mal, das Ding ist, eigentlich wollte ich heute mit dir irgendwo so an so eine richtig schöne Strandgegend fahren und so ein bisschen chillen. Aber der meinte zu mir, es gibt irgendwie ein Seemonster. Wo? Der meinte, ganz im Norden von der Stadt kann man irgendwie so ein Seemonster beschwören, wenn man sich dreimal im Kreis dreht und dann Krake, Krake, Krake sagt. Meint ihr das ernst? Ja, ich hab ihm das auch nicht geglaubt, aber... Das wäre eigentlich schon lustig, wenn wir das mal probieren würden, oder nicht? Da wird schon nix dran sein, aber wäre schon lustig, oder? Was für ein Monster? Komm, wir machen drei Probleme, wir zeigen dir. Oder traust du dich nicht, Turan? Was? Aber du machst das mit den Umdenung klar gelaufen, weil ich mach mich nicht so Affe. Ja, ich mach das, ich mach das. Ich hab aber das Gefühl, du traust dich nicht, Turan. Was soll das denn heißen? Ich glaub nicht, sowas. Okay, gut, dann lass uns doch mal rausfinden. Dann würd ich sagen, dann geh mal in die Steuerzentrale. Ich geh mal hier ein bisschen nach hinten, mich hier noch schön sonnen. Und dann park mal hier austouren. Und dann fahren wir bis ganz in den Norden von der Map müssen wir fahren. Ganz nach oben, da soll das wohl sein. Okay, Leute. Jetzt geht's los, Turan fährt hier mit der Yacht los. Wir halten uns hier mal ein bisschen, wir halten uns hier mal besser fest. Nicht, dass der hier noch irgendwas hier umfährt, Leute. Und dann würd ich sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir im Norden der Karte sind. Okay, Freunde. Wir sind jetzt hier gleich ganz im Norden der Karte angekommen. Hier mit Turans Yacht, Leute. So, wir müssten jetzt hier, wir schauen mal auf die Karte. Hier vorne bei diesen kleinen Inseln ist der höchste Punkt. Da sind wir ganz im Norden angekommen. Okay, Turan. Ich glaub, wir können hier stoppen. Du kannst einen Anker legen. So, also ich glaube, wir sind hier an der richtigen Stelle. Denkt ihr wirklich, dass was Timmy gesagt hat, stimmt? Als ob jetzt hier ein Seemonster kommt. Aber Timmy, ich glaube auch irgendwie nicht, dass er uns anlügt. Der ist ja kein Lügner. So, egal. Wir gehen mal kurz runter zu Turan. So, Turan. Oder komm, du mal hier hoch. Also, wer soll das jetzt hier machen? Traust du dich oder traust du dich nicht? Ich glaub nicht, dass natürlich. Aber ich glaub, du brauchst dich das nicht. Deswegen sage ich, dass ich mir nicht klaue. Deswegen willst du nicht das machen. Okay, Leute. Ich glaub, Turan hat eher insgeheim ein bisschen Angst. Aber egal, ich werd's machen. Ich glaub nicht, dass da irgendwas passiert. Okay, Turan. Ich werd mich jetzt hier gleich dreimal im Kreis drehen. Und das sagen, ja? Okay. Okay, gut. Dann, Leute. Wir fangen an. Und zwar. Erste Drehung. Krake. Zweite Drehung. Krake. Äh, Max? Max? Ja? Hast du Durst, Felix? Soll ich was da vorher noch klinken? Hä? Turan, du hast das grad unterbrochen. Ach so. Entschuldigung. Willst du was klinken? Äh, nein. Alles gut. Ich brauch gar nichts. Alles klar. Ich glaub, Turan hat insgeheim ein bisschen Angst, dass was passiert. Ich glaub, er ist ein bisschen abergläubig. Haha. Ey, Turan, jetzt komm. Habt mal keine Angst jetzt. Wir machen das jetzt. Ich hab keine Angst. Okay, jetzt muss ich hier nochmal machen. Okay, also. Ey, Max, Max, Max. Hast du Hunger? Ey, Turan. Komm schon. Ich hab Burger hier. Ja, nee. Nee, wir essen gleich was. Da wird schon nichts passieren. Jetzt entspann dich mal. Okay. So. Also jetzt nochmal. Erste Drehung. Krake. Zweite Drehung. Krake. Dritte Drehung. Krake. Hä? Äh. Turan? Ist auf einmal voll nebelig hier geworden. Okay, jetzt kann ich ja kommen. Lass ihn zurückfallen. Hä? Ja, also hier ist auf jeden Fall kein Seemonster hier. Aber warum ist auf einmal so viel Nebel? Ey, Turan, meinst du, wir können noch fahren oder so? Weil ich glaub, ab einem bestimmten... Darf ich fahren zurück? Ab einem bestimmten Nebel dürfen Schiffe, glaub ich, nicht mehr fahren. Ist mir egal. Okay, gut. Dann fahr mal langsam zurück. Weil ich selber nix großartig hier. Das ist schon echt komisch hier, ne? Oh mein Gott, was ist die Wellen los? Alter, Turan, was passiert hier? Wow. Alter, wie hoch sind diese Wellen auf einmal? Was hast du gesagt, Max? Nein, 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 nein. Denkt ihr das... Ich bin nicht mehr probiert. Ah, Turan, ich bin runtergeflogen. Pass auf. Oh nein. Oh mein Gott. Was ist hier los, Leute? Die Wellen sind übelst hoch. Wow. Oh, Turan. Wir sind gestandet. Oh mein Gott. Die Wellen sind so hoch. Die haben Turans Yacht hier auf diese Insel hochgekatapultiert. Oh nein, 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 nein. Ich kann nicht mehr fallen. Ey, Leute, denkt ihr, das hat was mit diesem Kraken zu tun? Mit diesem Seemonster? Max, wir sind gestandet. Turan, rette dich hier auf diese Insel. Rette dich auf die Insel. Nein. Oh mein Gott. Nein. Turan, ich glaub, das Boot ist kaputt. Aua. Turan, deine 100 Meter Yacht ist, glaub ich, kaputt. Verdammt. Ey, was müssen das für hohe Wellen sein, dass die sogar so eine riesen Yacht zerstören? Oh mein Gott, Alter. Ey, nein. Ey, Turan, mir macht das, mir macht das gerade echt die Angst, Mann. Guck dir mal die Wellen an, das ist doch nicht normal. Das ist nicht so hoch, Max. Das ist nicht lustig. Das ist echt kein Spaß mehr hier. Ey, wir müssen hier irgendwie von, wir müssen hier weg, aber das ist, das ist lebensgefährlich, hier an Land zu springen, hier ins Wasser zu gehen. Oh nein, 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 nein. Was sollen wir denn jetzt machen? Ey, Turan, Alter, der Himmel wird immer dunkler. Das ist alles dein Sohn. Du wolltest ja unbedingt ausprobieren. Ich glaube, es wird hier gleich gewittern. Ja, ey, komm schon, als ob das jetzt hier was mit diesem komischen Seemonster zu tun hat, Ja, das wirst du sehen, das wirst du sehen, du glaubst an sowas, Nick. Ja, natürlich glaube ich an sowas, das ist voll der Kindergarten. Ey, nein, die Yacht läuft mit Wasser vor. Ja, warum sind die Wellen angekommen, als du das gemacht hast, oder, Nibel? Ja, das ist bestimmt nur ein komischer Zufall gewesen, Turan. Komischer Zufall, wenn ich Timmy ja wisse, dass der dir diese Vorsage gegeben hat. Ja, der kann ja nichts dafür, der Timmy, der meint ja, der hat uns ja so davor gewarnt, der meint ja, wir sollen nicht aufs Wasser gehen. Ich hab ihn ja nicht geklaut. Nein, die will weg von hier. Verdammt, ey, das hört bestimmt gleich auf, wir können gleich wieder ins Wasser gehen. Oh mein Gott, ey, Turan, es tut mir echt leid. Verdammtes Wasser, hört auf! Es tut mir echt leid, es tut mir echt leid um deine Yacht, ey, die läuft hier gerade echt mit Wasser voll. So, ey, was ist denn jetzt hier, Leute? Was, aber angeblich, also wenn jetzt hier, wenn das wirklich was mit diesem, mit meinem Spruch zu tun haben soll, Turan, dann müsste doch jetzt hier gleich ein Seemonster auftauchen. Ich hab ja nicht Wellen beschworen, ich hab ja ein Seemonster beschworen. Oh, bist du? Was ist das denn? Ja! Turan, schieß es an, schieß es an! Wow, 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 wow. Ey, nein, 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 ey, ich glaub, dass diese Seemonster, dass diese Riesenkrake... Nein, die haben sie gesagt! Turan, komm weg hier, komm weg hier, komm weg hier! Er fiss meine Granaten auf! Oh, komm, 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 hier, nimm eine Granate! Nimm eine Granate! Das stimmt nicht! Oh, ey, das bringt überhaupt nichts gegen das Riesenseemonster! Oh, nein, 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 ich bin weg! Oh mein Gott, Turan, nimm mich mit! Oh, shit, 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 wir müssen hier weg, wir müssen hier weg! Oh, nein, 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 ey, Leute, was passiert hier? Ich glaube, Timmy hatte recht! Oh, Turan, rette dich, rette dich! Die Wellen sind zu stark! Ey, das ist doch noch schlimmer als dieser Riesenhai, der uns mal gejagt hat. Den konnten wir mit ein paar Granaten zerstören hier. Bei dem Monster machen die Granaten ja überhaupt nichts. Oh, verfolgt uns das... Das Seamonster ist hinter uns! Oh mein Gott, ich glaube, es zerstört deine Jacht, Turan. Ich glaube, es zerstört deine Jacht. Mein Zeitung, meine Jacht, wir müssen weggehen! Oh, komm, renn, 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 renn! Was denkst du, wie können wir das Ding aufhalten? Die Raketen haben ja gar nichts gebracht, unsere Waffen haben nichts gebracht. Gar nichts aufhalten, einfach weghalte davon, wir machen nichts mit denen! Shit, 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 shit! Lass uns in Ruhe! Oh mein Gott, ey, Leute, ich glaube, die Seamonster wird bald die Stadt angreifen. Irgendwie müssen wir das Ding aufhalten, aber ich weiß überhaupt nicht, wie wir das machen sollen. Schnell, Leute, wir retten uns, wir retten uns hier im Land, wir retten uns hier im Land. Wir müssen mal gucken, ob uns das Ding verfolgt. Denkt ihr? Oh mein Gott, es ist wirklich da hinten! Es ist riesengroß, es ist riesengroß! Wow! So, ich werde nochmal ein paar Raketen schießen. Friss das, Riesensee-Monster! Turan schießt mit Raketen drauf! Ja, natürlich! Wow! Ey, Turan, du hast doch bestimmt so Kampfchats oder sowas! Ja, bin ich hier! Oh, nein, 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 wir brauchen Kampfchats, wir brauchen auf jeden Fall Stärke! Erstmal abhauen, erstmal abhauen! Komm, hauen los, wir müssen abhauen, wir müssen abhauen, bevor das Ding in die Stadt erreicht, Leute! Oh mein Gott, Turan, komm, komm, komm! Ey, das Ding verfolgt uns! Das Ding verfolgt uns! Ja, das bringt hier gar nichts, die Waffen! Oh, Leute, die Polizei kommt sogar schon, die Polizei kommt sogar, aber die werden nichts ausrichten können gegen dieses Ding! Okay, steig ein! Ja, nee, Auto! Ja, komm, 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 komm! Wow, wow, wow! Das kommt, das kommt! Schau mal, die Polizeihelikopter da oben, die hauen sogar schon ab, die trauen sich hier nicht gegen das Ding! Oh mein Gott, Alter! Ach du, oh mein Gott, Leute, was haben wir hier für einen Monster beschworen? Okay, Turan, wir müssen das selbst übernehmen, wir müssen die Stadt retten! Äh, komm, wir müssen schnell zu deinem Tempel und dann werden wir uns da einen Kampfhelikopter, Kampfchat und sowas besorgen und dann werden wir dieses Ding angreifen! Ich weiß es nicht, aber hast du noch stärkere Waffen als das? Nee, ich selber nicht! Ja, siehst du, dann lasst uns erstmal damit versuchen, vielleicht reicht ja dann ein Kampfhelikopter, wow! Okay, Leute, wir fahren jetzt mal kurz zu Turans Tempel und werden uns da einen Kampfhelikopter holen und versuchen, dieses Seemonster aufzuhalten, let's go! Oh, Turan, Turan, wir dürfen keine Zeit verlieren! So, komm, schnell hier rein! Komm, 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 komm! Weißt du was, du fliegst den Heli und ich werde hier an der Seite rausschießen, okay? Alles klar! So, perfekt, ich hoffe, du hast deine Raketen aufgeladen für den Heli! Die sind immer aufgeladen! Okay, ich glaube, das Seemonster hat mittlerweile die Stadt erreicht! So, okay, funktionieren! Sehr gut, sehr gut, sehr gut! Guck mal hier in die Stadt! Ich glaube, das Monster müsste bereits die Stadt erreicht haben, so schnell wie uns das Ding verfolgt hat! Oh mein Gott, der ganze Himmel ist auch richtig grau! Seit ich das gesagt habe, ist hier voll das Unwetter! Ihr habt ja gesagt, wir hätten es nicht machen sollen! Ja, Turan ist ja gut, ja, du hattest ja recht, das war echt eine dumme Idee von uns! Aber egal, wir müssen jetzt die Stadt retten, wir schaffen das schon! Turan und Akramix schaffen alles! Wo ist der? Ich weiß nicht, siehst du hier irgendwas? Ich sehe nichts! Warte mal, ich höre Explosion! Hörst du das? Oh mein Gott, ich höre Polizeisräden! Und Explosion! Oh! Es ist hier unter uns! Es ist hier unter uns! Okay, drehen ein bisschen, drehen ein bisschen! Ich werde auf es drauf schießen! Oh! Oder weiter runter! Nein, 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 ich bin auf der anderen Seite, ich bin auf der anderen Seite, so kann ich nicht schießen! Ja, warte! Oh, let's go! Siehst du auf! Wow! Oh mein Gott, oh mein Gott, ich schieße voll drauf! Ich schieße voll drauf! Okay, lass mich, lass mich, lass mich! Okay, schieß du mit Raketen, schieß du mit Raketen! Ja, los Turan, Luan, du machst es kaputt! Wow, 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 wow! Das kann Raketen schießen, das Monster! Oh, du musst ausweichen, du musst ausweichen! Ach, oh mein Gott, oh mein Gott! Weich aus, weich aus, oh! Was ist das für ein Ding, Alter? Siehst du auf, siehst du auf! Ja, ich gebe alles, ich gebe alles! Wow, 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 wow! Oh mein Gott, die Polizei kämpft auch gegen das Monster, das bringt überhaupt nichts! Turan, lass dich weg, lass dich weg! Der trifft uns gleich noch, der schießt uns hier gleich runter! Ich muss weg, ich muss weg! Oh, 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 oh! Und abhauen! Oh mein Gott, wir brauchen irgendwas Stärkeres! Das bringt aber nichts! Lass mir Panzer vorbeifallen! Sag mal, hast du noch Panzer? Ja, natürlich. Okay, dann lass doch mit Panzer versuchen. Aber ich glaube, das wird auch nichts bringen. Wir gehen noch mal kurz zurück zu Turans Tempel. Leute, habt ihr eine Idee, wie man so ein Ding aufhalten kann? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie die ganzen Waffen bringen nichts dagegen. Wir müssen es mit Panzern versuchen. Oh, Leute, ich bin hier direkt rausgesprungen. So, schnell hier die Panzer holen bei Turans Tempel. Ey, schreibt wirklich mal in die Kommentare, was denkt ihr, wie kann man so ein Wesen aufhalten? Okay, Turan, vor uns ist dieses Riesenwesen. Warte mal, manchmal sieht man das nicht richtig, wenn es so weit entfernt ist. Dann ist es irgendwie getarnt oder so. Jetzt sieht man es wieder. Okay, Feuer. Oh mein Gott, das weicht aus, das weicht aus. Wow, ja, ich glaube, es funktioniert. Ich glaube, es funktioniert. Oh nein. Jetzt sind wir aufgestanden. Oh, steht der jetzt auf oder was? Der steht immer wieder auf und manchmal fällt er wieder um. Ich sehe auch nicht durch. Ich glaube aber, Leute, die Panzerschüsse bringen schon mehr. Hier, Polizei, geht mal aus dem Weg, ihr Schmalspuren. Ihr bringt doch eh nichts. Aber wo ist das Ding hin? Siehst du es noch? Es ist irgendwie ab. Ich glaube, es haut ab. Leute, vielleicht bringen diese Panzerschüsse doch etwas. Da ist es! Es ist hinter uns! Es ist hinter uns! Mann, das bringt gar nichts mit Panzern! Verdammt nochmal. Ich dachte, es bringt was. Aber irgendwie bringt es doch nichts. Verdammt, ey, Tuan. Ich weiß nicht mehr, was wir noch dagegen machen sollen. Das Ding wird hier noch die ganze Stadt zerstören. Fahr zur Militärbasis! Fahr zur Militärbasis! Was ist bei der Militärbasis? Wir haben doch schon Panzer. Nein, nein, nein. Da ist doch was anderes. Ey, du! Ich esse die Eckenbogen. Siehst du denn zum Flüssig? Oh ja, wir müssen ihn wütend machen. Genau, Tuan, mach ihn wütend. Er muss uns verfolgen. Oh. Oh. Oh, ich glaube, es funktioniert. Ich glaube, es funktioniert. Hört ihr das? Ich glaube, er ist wütend. So, komm doch her, du fettes Vieh. Oh, nein, 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 Leute. Das ist genau über mir. Das ist genau über mir. Oh. Oh, mein Gott. Wow, 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 wow. Ey, es schießt auf mich, es schießt auf mich. Tuan, Tuan, hörst du mich? Check, check. Check, check, Tuan, es verfolgt mich. Check, check. Hinter die Basis! Okay, okay. Leute, sehr gut. Wir haben das wütend gemacht. Das ist hinter uns her. Wir locken uns jetzt zur Militärbasis. Tuan meinte, irgendwie kann man es da aufhalten. Ich weiß zwar noch nicht genau, wie er das sich vorstellt. Aber wir werden das Ding jetzt mal zur Militärbasis locken. Let's go. Oh, mein Gott, Tuan, es ist, glaube ich, direkt hinter uns. Wow, 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 wow. Okay. Ey, Tuan, sag mir mal, was dein Plan ist. Warum willst du das Ding hierher locken? Wir müssen hoch zum Totalzentrum. Wir müssen das aktivieren, Max. Das bringt nichts. Was müssen wir aktivieren? Was meinst du? Die Atombombe. Eine Atombombe? Aber das wird doch die halbe Stadt zerstören, Tuan. Das ist die halbe Stadt sowieso kaputt wegen dem. Okay, ja gut, vielleicht hat Tuan recht. Vielleicht müssen wir hier die halbe Map opfern. Aber wenn das Ding hier weitermacht, dann wird es die ganze GTA-Welt zerstören. So, geht aus dem Weg hier, Schmalspuren. Okay, du hast gesagt, ins Kontrollzentrum müssen wir hoch. Okay, los, 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 los. Alter, Leute. Tuan, mein, wir müssen wirklich hier die Megabombe zünden. Das haben wir noch nie gemacht. Das ist das erste Mal. Okay, komm, wir schnell in den Fahrstuhl rein. Komm, wir in den Fahrstuhl rein. Tuan, let's go, let's go, let's go. Wir müssen hoch ins Kontrollzentrum. Oh, mein Gott, ich hoffe, hier drin sind wir sicher. So, komm, komm, komm. Oh, mein Gott, hörst du das? Da draußen ist schon wieder Explosion. Okay, 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 okay. Oh, ey, ich glaube, das Ding greift hier gerade den Turm an. Ich hoffe, der Turmel stimmt. Wo ist das Ding? Oh, mein Gott, es ist genau unter uns, das Monster. Es greift hier den Turm an. Oh, mein Gott, Tuan, was müssen wir machen, was müssen wir machen, um die Bombe zu starten? Warte, 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 warte. Alles eingeben, Koordinaten. Tak, 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 tak. Okay, Max, wenn du auf den Knopf klickst, es kommt eine runter. Oh, mein Gott, Leute. Sollen wir die Megabombe zünden? Das haben wir noch nie in GTA gemacht, aber ich glaube, es gibt keinen anderen Ausweg. Okay, Leute, wir haben die Megabombe gestartet. Oh, mein Gott. Was passiert jetzt hier? Was passiert jetzt hier? Wow, wow, wow. Ich hoffe, das wird das Megamonster zerstören da unten. Was passiert hier, Leute? Das habe ich noch nie erlebt. Das habe ich noch nie... Wow! Oh, mein Gott, Leute. Wow, 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 wow. Turm. Mein Zähne. Oh, mein Gott, Turm, geht es dir gut, geht es dir gut? Oh, ja, aber meine Augen. Das Monster ist weg. Ich glaube, es ist weg. Ich glaube, wir haben es zerstört. Liegt es da irgendwo? Ach, der Heilige. Nein, es ist einfach... Pulverisierend. Vielleicht ist es pulverisiert. Vielleicht hat das Ding aber auch überlebt und ist wieder ins Meer abgehauen. Oh, ich muss schlafen. Alter, Turm, siehst du hier auch so ein komisches Flackern? Okay, er schläft schon, er schläft schon. Oh, mein Gott, Leute, was war das? Timmy hatte einfach recht gehabt. Ich hoffe, die Stadt steht noch. Ich hoffe, es ist noch alles relativ normal. Ich hoffe, es wurde nicht zu viel zerstört mit der Atombombe, Leute. Wir gehen mal lieber jetzt zu unserem Haus gucken. Meine Freunde, heute werden wir einen Angelausflug mit unseren Freunden machen. Mit Amir und mit SU Deep. Zwei Braulberger werde ich gleich abholen. Und dann werden wir zusammen angeln gehen in GTA. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock drauf. Ich mache so eine Art kleiner Angelwettbewerb unter meinen Freunden. Und der Gewinner, der bekommt von mir einen Supersportwagen geschenkt heute. Also lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da für mehr GTA 5 RP. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal rein. Und Leute, wisst ihr was? Ich zeige euch das erstmal. So, wir nehmen mal ganz kurz hier unser Golfkart. Ich werde euch jetzt erstmal zeigen, wie das hier mit dem Angeln funktioniert. Das ist richtig cool, Leute. Man kann jetzt hier einfach Fische angeln, Alter. So, wir fahren jetzt hier mal ganz kurz. Zack, zack. Wir gehen mal schnell hier nach da hinten. So, hier parken. So, da muss man nämlich einfach ans Wasser rangehen. Jetzt gehen wir nämlich zum Wasser. So eine Angelroute habe ich nämlich auch schon dabei. Und jetzt können wir hier nämlich einfach mal nach Fischen angeln. Und let's go, Leute. Guckt euch das mal an. Wie nice ist das? Man kann hier einfach so eine Angel rausholen. So, und dann ein bisschen angeln, ein bisschen angeln. Hat da was angebissen? Ich weiß nicht. Das seht ihr da unten Fischis im Wasser? Ich sehe irgendwie keine. Ich glaube, hier ist bei mir nicht so ein gutes Gebiet zum Fischen. Also wir gehen gleich noch an richtig gute Fischstellen. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock drauf. Und deswegen würde ich sagen, Leute, let's go. Wir starten jetzt hier mal direkt. Wir gehen erst mal zu unserem Lambo und fahren dann los. Denn meine Freunde müssen erst noch ein paar Erledigungen machen. Denn die Jungs wissen noch gar nichts davon. Wir gehen jetzt als allererstes mal zum Angelgeschäft, werden uns ein paar Angeln kaufen. Dann werde ich noch ein richtig geiles Offroad-Auto besorgen. Weil mit dem Lambo hier können wir ja nicht in die Wildnis fahren. Da passen ja eh nur zwei Leute rein. Und dann werde ich die Jungs abholen. Und dann machen wir einen richtig coolen Angelausflug. Also heute Angelcamp in GTA, Leute. Da würde ich sagen, let's go. Ab in die Stadt. So, meine Freunde, hier bei Alice Customs. Zack, erstmal schön parken, Leute. Hier kann man nämlich Angelrouten kaufen. Und hier direkt daneben ist ja auch der Autohändler. Da können wir auch gleich mal schauen. Ey, was ist denn los, hä? Haben wir ein Problem oder was, hä? Haben wir ein Problem? Hey, Alter, der macht mich hier einfach an. Nur weil ich hier meinen Lambo park. Was ist denn dein Problem, Alter? Ist doch cool, ey. Sollen wir das klären? Hey, sag. Pam, Alter. Bam. Und da, dein Kollege braucht auch noch eine. So, macht doch kein Auge, nur weil ich hier einen Lambo habe, man. Seid doch hier nicht so Opfer, ey. So, weg mit denen. Zack, easy geklärt. So, jetzt gehen wir hier mal rein. So, das ist natürlich hier mein Waffenhändler. Der Waffenhändler meines Vertrauens. So, moin, meiste. Moin, guten Tag. So, du, ich bräuchte einmal, ich bräuchte ein bisschen Ausrüstung zum Angeln. Hast du da was am Start? Oh, der Angler. Ja, 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 noch nicht. Ich bin ein Anfänger, aber ich will mal angeln gehen mit meinen Freunden. Natürlich, natürlich, natürlich. Das Allerste, was ich natürlich empfehlen würde, ist hier unsere Klamotten für Angeln, nicht nass werden. Angelklamotten? Oh, klar. Ist vielleicht eigentlich eine gute Idee, Leute. Ja, okay. Hast du aber ein bisschen Geld, ey? Was kostet das denn? Ja, Designer von Mutschi und Tutschi. Okay, ist das so eine Angelmarke oder was? Ganz genau, ganz genau. Kenn ich nicht, aber ich glaube, es kann nicht schaden, so Angelsachen anzuziehen. Okay, ja, ich kaufe davon was, ja? Ja, perfekt. Ich ziehe mich gleich um in deinem Laden hier. Ja, macke weg, macke weg, gar kein Problem. Okay, dann natürlich eine Angel brauche ich noch, ne? Also, ja, aber natürlich auch Stiefel. Ja, Angel kann ich hier auch mitkommen. Stiefel soll ich mir auch noch kaufen. Okay. Ich habe, ich habe so ganz spezielle Angel, eigentlich noch nicht verkauft, aber wenn du sagst, ah, Finger um, wir helfen, kein Problem. Warte, ich muss ja kurz kramen, ja? Ja, okay, 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 schau mal kurz. Leute, der sagt ja irgendwie so eine Spezialangel für mich. Das wäre natürlich voll geil, wenn ich eine bessere Angel habe als meine Freunde, dann würde ich ja easy gewinnen. Wir schauen mal kurz, wir schauen mal so. Was hat, was holt ihr denn jetzt? Oh, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, wie die aussehen. Guck mal, so könnte ich angeln. Guck mal, guck dir die mal an. Okay, die ist cool, die ist sehr, sehr cool. Guck mal, wie die gut geht. Guck mal. Die ist auch so schwarz aus Carbon, okay, okay. Ja, guter Schwung, ich sage ehrlich, ah? Ja, pass auf, dann würde ich einmal die nehmen und zwei normale angeln. Zwei Geringverdiener angeln und eine gute. Die gute ist für mich, die andere beiden. Da will ich mal flexen, wo ist er, Freunde, ah? Ja, ja, ich will flexen, auf jeden Fall. So, okay, perfekt, perfekt. So, davon könntest du eine einpacken, gar kein Problem. So, zwei Angeln. Und ein paar Köder, gib mir noch ein paar Köder. Oh, sag mal. Mach mir einfach eine Box fertig, mach mir eine Box, wo alles drin ist. Ja, pass auf, pass auf. Ich gebe dir noch eine kleine Tüte mit, ja, die tust du verstecken. Weil das sind diese Deluxe-Küder, die holen diese Premium-Fische raus. Ach so, oh, okay. So Hai und Delfinen und so. Du sehen aus, weil du willst ein bisschen flexen, ah? Ja, ich will natürlich der krasseste Angler von meinen Freunden sein. Keine Probleme, Freund, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Okay, dann mach mir einfach so eine Box ready. Ich gehe mich mal hinten umziehen. Ich teste mal die neuen Angelklamotten, okay? Ja, mach das. Ich bring die Box. So, Leute, let's go. Wir checken jetzt hier mal kurz die Angelklamotten. Wir werden uns jetzt hier mal umziehen. Und dann, Leute, geht's los. Ey, Leute, guck mal. Ich habe mir jetzt hier einfach so Outdoor-Fischer-Klamotten angezogen. Natürlich darf der Fischerhut nicht fehlen. So, Chef, hast du alles eingepackt, oder was? Ja, ich habe alles eingepackt, ja. Okay, sehr gut. Das sind die extra Super-Küter, wa? Ah, korrekt, korrekt. Kannst du mir das noch raus zum Auto bringen? Das wäre super lieb von dir. Ja, natürlich. Natürlich. Die Kundes haben mir ganz oben draufgeschrieben, ja? Danke, danke. So. Warum schlafen die zwei hier? Ja, die haben hier voll ein Auge gemacht, weil ich mein Lambo hier geparkt habe. Deswegen musst du die kurz umhauen. Die Koffer-Room ist vorne, richtig? Ja, ja, genau, genau. Schön da die Angelrouten reinpacken und so. So, oh mein Gott. So, alles drin. Super, danke, Chef. Warten Sie, warten Sie, warten Sie. Hier. Nur schnell die Super-Küter, ich verstecke hier, ja? Ah, okay, super. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, ja. Okay. Ich wünsche Ihnen bald wieder. Tschüss. Ey, Leute, voll nice. Wir haben jetzt richtig coole Angel-Outdoor-Klamotten, damit wir unsere normalen Klamotten nicht schmutzig machen. Haben eine Spezial-Angel- und sogar Super-Küter, Leute. Also wir werden heute richtig kranke Fische fangen mit den Jungs. Jetzt fahren wir hier noch direkt nebenan zu dem Autohändler, der ist ja hier direkt. Wie gesagt, wir wollen jetzt zwei Autos hier kaufen. Wir brauchen erstmal ein Outdoor-Fahrzeug. Oh, hier draußen stehen auch schon ein paar coole SUVs. Und dann will ich ja noch einen Supersport-Wagen kaufen, was es dann quasi als Preis für den Gewinner gibt, wer den krassesten Fisch heute angelt. Oh, Leute, guck mal, was die die haben. Oh mein Gott, der Ford Raptor sieht ja unnormal krass aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dann gibt es hier noch so einen Cheap, Alter. Oh, geil. Cheap Rubicon. Oh, BMW X6. Alter. Audi RS Q8. Und oh mein Gott, Mansory G-Klasse. Aber ja, oh, okay. Da sind krasse Sachen. Ich finde den Ford Raptor sehr krass. Aber wir schauen mal gleich. Wir gehen jetzt hier erstmal rein. Mal gucken, ob der Autohändler hier da ist. Mal gucken, ob der mich überhaupt ernst nimmt mit meinen Fischerklamotten. Ja, right, right. Ja, bitte da. Überweisung, Macke. Richtig, richtig. Ja, auf Wiedersehen. Hallo, hey, Mr. Autohändler. Ja, wohin wollen Sie gehen? Wo soll ich Ihnen die Straßennahme sagen oder irgendwas? Nein, nein, ich will zwei Autos kaufen. Oh, Sie wollen zwei Autos kaufen? Ja. Okay, okay. Nehmen Sie mich nicht ernst, nur weil ich Fischerklamotten anhab, oder was? Darf ein Fischer keine Autos mehr kaufen, oder was? Nein, Sie dürfen so viele Autos kaufen, wie wir sollen. Aber die Frage ist immer, können Sie auch so viele Autos dann leisten? Natürlich, natürlich. Hören Sie mal hier. Ich möchte hier einen von den Supersportwagen hier drin kaufen und einen von den SUVs da draußen. Mh, mh, mh. Ja, ja. Meinst du das ernst? Ja, was haben Sie denn hier? Ich sehe schon einen Porsche, Mercedes-AMG GT und einen Audi RS Q7 getunt, okay. Ja, ich brauche was für meine Freunde, so als Preis. Ich will so einen Angelwettbewerb machen und der Gewinner kriegt ein Auto. Oh, ein Broker-Ein-Prize. Wie viele McIntyre nochmal mit? Vielleicht kann man sogar Sponsoring machen. Ah, Sponsoring? Nee, nee, ich will kein Werbe. Es soll kein Werbe-Ein-Vent, nur mit Freunden so scheiß drauf. Also, ich sage Ihnen ehrlich, ich finde, Porsche hat mein guter Freund auch mir schon, deswegen es macht für den wenig Sinn zu gewinnen. Der Audi so getunt, packt mich nicht so. Ich würde gerne den AMG kaufen. Den würde ich mitnehmen. Sie wollen sie kaufen, kein Problem. Okay, kein Problem. Kann ich Ihnen direkt, warte mal, hier, nehmen Sie meine Karte hier. Zack, können Sie hier nehmen. Ich nehme mich mit, so. Aber Sie haben gemeint, Sie wollten uns zwei kaufen. Genau, genau. Und dann gehen wir mal noch kurz raus, weil ich brauche natürlich noch ein Offroad-Auto. Warten Sie ganz kurz eine Sekunde. Ja. Schönen guten Tag, Herr. Ist das Ihr Lamborghini? Nein, warum sollte man die meine? Hä, das ist mein Lambo, das ist mein Lambo hier der Job. Ach, das ist Ihr Lamborghini. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, was wollen Sie noch, der liebe Herr? Ey, Leute, guck mal, was das für einer ist. Am Anfang wollte er uns hier rauswerfen, nur weil ich jetzt Lambo habe, will er uns besser behandeln. Ey, toll, der eklige, ehrlich. Ja, auf jeden Fall, ich brauche noch ein Offroad-Auto. Was können Sie, wenn der nicht empfehlen? Ja, also da könnte ich Ihnen wirklich empfehlen, nicht nur hier in diesem Ford hier. Boah, eine Maschine. Ich sage Ihnen, ich sage mal ehrlich, hier, der BMW hier, der X6, der ist auch noch geschmortig. Also, ich sage Ihnen ehrlich, ich habe hier gerade mal schon so ein bisschen geschaut. Für mich gerade am meisten Sinn macht ihr entweder der Jeep oder der Ford, weil ich wirklich im Gelände rumfahren will, so richtig Offroad. Wissen Sie, wie ich meine? Boah, ich finde auch den Ford Raptor so geil. Ey, warte mal, kann ich mal kurz mich reinsetzen? Wollen Sie was transportieren? Ja, 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 klar. Dann würde ich Ihnen natürlich den Ford einfallen. Boah, Leute, oh mein Gott, mir denkt, Alter. Guck mal, wie krass der gefedert ist mit den Federungen. Aber ey, Leute, nein, ich sehe gerade ein Problem, das ist ein Zweisitzer. Wir sind ja zu dritt, scheiße. Ja, nee, okay, dann glaube ich, würde ich den Jeep nehmen, weil ich muss zwei Leute mitnehmen. Ja, der Ford, da passt mir leider nicht rein. Ja, gute Ladefleisch im Jeep ist natürlich auch noch, ne? Ja, ist auch gut. Ja, gut, dann, ich würde dann halt den Jeep nehmen. Aber warten Sie ganz kurz, Sie wollen da draußen unterwegs sein, richtig? Ja, ja, genau, ja. Im Gelände, dann würde ich Ihnen empfehlen, ja, also das biete ich Ihnen jetzt auch exklusiv an, ja, weil Sie dann so tolle Kunde sind. Ja. Wir können zwei Aufsätze machen, ja, da können Sie zwei Motocrossräder mit holen. Was? Für nur einen Aufpreis von 10.000. Und dann kann ich hinten zwei Motocrossräder drauf machen? Richtig, richtig. Boah, das ist ja richtig cool. Ja, komm, 10.000 kostet mehr als Kreditkarte, hast du ja schon kommen, buch ab, das Ding. Ja, perfekt, gut, ich booken ab, ja. So, dann tune das Ding noch kurz um, ich warte hier, ja. Ja, ja, die übliche Trinkels von 10 Prozent. Nein, du kriegst einen Scheiß, Alter. Ey, Leute, let's go, ich warte jetzt mal kurz hier. Der meinte, er kann das irgendwie noch so umrüsten, dass da zwei Motocross hinten drauf sind. Dann ist das ja schon wieder cool hier, dieser Jeep, aber schön, ja. Also hat auch Offroad-Reifen oben so eine Lichtgleis noch drauf. Ich habe abgebucht hier eine Karte, ich muss den Jeep mit holen, ja, zum Aufrüsten. Ja, okay, alles gut, rüsten Sie den noch kurz auf, ich warte hier schnell. Aber 15 Minuten. Ja, alles klar, bis gleich. Ey, Leute, wann kommt der Typ denn hier mal? Oh, mein Gott. Oh, Alter, der hat ja richtig krass getunet. Und zwei Motocross-Räder sind hinten drauf. Alter, das hat sich ja voll genutzt. So, die Motocross-Räder sind auf Haus draufgegangen, ja. Alter, Eese. Ey, komm, Sie kommen uns bald besuchen. Ja, ey, können Sie mir vielleicht das andere Auto gleich an den Strand zu meiner Yacht liefern? Weil ich will damit einen Angelausflug starten. Natürlich. Okay, super, dann bis gleich, danke. Oh, mein Gott, Leute, Alter, was das für ein geiles Auto. Shit, das ist ja richtig heftig. Oh, guck mal, auch diese Lichtleiste oben geht, Alter. Alter, ey, da können wir gleich mit den Jungs sogar noch Motocross fahren in der Wildnis. Ey, die werden uns richtig freuen. Aber wisst ihr was? Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal unsere Freunde abholen, weil die wissen ja noch gar nicht davon Bescheid. Als erstes würde ich sagen, fahren wir mal bei Esju vorbei und nehmen den mal mit. Und dann werden wir denen mal erzählen, was überhaupt abgeht, Leute. Let's go. Ey, Leute, hier vorne wohnt gleich Esju. Ey, warte mal, ist das... Fährt der nicht hier? Das ist doch hier Esju, der gerade wegfährt. Nein, der darf nicht wegfahren. Ey, Esju, Esju, ich bin's. Hallo, bleib stehen. Oha, erschreckt mich doch nicht. Max, was geht ab? Moin, Meister. Esju, guck mal. Was hast du denn für eine Karre da? Alter, guck mal, das Auto habe ich hier gerade nur für uns gekauft. Oha, wie für uns? Boah, wie geil. Sieht das aber bitte aus? Ich will einen Angelausflug machen mit dir und Amir. Hast du Bock? Kommst du mit? Angel? Bro, ich liebe Angel. Ey, ich sag dir ehrlich, dein Outfit ist übelst fresh. Danke dir. Ich habe schon Angeln für uns gekauft, ich habe mir Angelklamotten gekauft, habe hier ein Offroad-Auto für uns gekauft und ich habe eine fette Yacht gemietet, mit der wir in das Angelgebiet fahren. Hast du Bock? Oh mein Gott, das ist ja übertrieben. Safe, ich bin safe dabei. Ja, okay, dann komm, steig ein, wir gehen jetzt noch Amir abholen. Direkt jetzt, oder was? Ja, ja. Warte, dann lass mich hier vernünftig parken, okay? Ey, und das Krasse weißt du noch gar nicht, Esju, ne? Erzähl, was ist denn das Krasse daran? Der Gewinner, der, der den dicksten Fisch angelt, bekommt einfach von mir ein Auto für 200.000 Euro geschenkt, ein AMG GT. Okay, wir machen einen kleinen Angelwettbewerb, einfach so. Hast du das gesponsert bekommen, oder so? Nein, ich habe die gerade gekauft, die Sachen. Okay. Du weißt doch, Geld ist mir egal, Alter. Wir machen einfach nur cool Aktion. Sorry, dass du so viel Geld hast, aber ey, ich sag dir ehrlich, ich liebe es so Angeln. Ich freue mich schon richtig. Ja, geil, okay, dann let's go zu Amir. So, Leute, jetzt sind wir hier gleich bei Amir angekommen und das Gute ist, der ist ja natürlich hier direkt auch schon am Strand, dann können wir hier gleich mit dem Angelausflug starten. So, ey, das Auto passt hier, die Bremot drauf. Ja, ich hoffe auch, wenn nicht, dann machen wir zu zweit, scheiß drauf. So, okay. Let's go, guck mal, das Auto ist viel zu fett für die Einfahrt hier. Ja, wir sind zwei Millionen. Amir, let's. Ja, oh, oh, oh. Hi. Hast du gerade mein Lied gesungen, zwei Millionen? Nein, 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 nein. Moin, Amir. Kein Fanboy. Hä, ist doch egal. Ey, Bro, Alter, kommst du mit, wir machen einen Angelausflug, ich habe schon alles gekauft und der Gewinner, wer den dicksten... Angelausflug? Ja, wer den dicksten Fisch am Nächsten bekommt, 200.000 Euro AMG geschenkt von mir. Warte, warte, Max, darauf habe ich mein ganzes Leben lang gewartet. Yeah. Was genau machst du, alles klar mit, let's go. Oh, ja, ich habe das nicht geliegt, darum warte ich seit vier Monaten, Alter. Ja, korrekt. Ja, korrekt, korrekt. Warte, 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 ganz kurze Jungs, warte, ich habe, oh my God. Hey, was macht denn? Wir gehen schon mal runter zum Auto, ich nehme das als Ja, dass du mitkommst. So, let's go, was macht der denn jetzt hier noch? Hey, das wird richtig cool, zu dreht Jungs, ich freue mich, so. Ja, ich freue mich auch nochmal einen Angelausflug mit euch zu machen. Wie gesagt, zum kleiner Wettbewerb, wer den dicksten Fisch angelt, bekommt noch was. Hey, Max, stell dir mal vor wie Angeln, ich finde dann irgendwie so ein Schand, oder so. wieder seine guten sachen an so ich habe ja auch keine anderen würden schatz oder sowas finden aber mag ich habe kein angel dabei wo ich habe doch schon alles gekauft mal selbst ich habe mir was für uns gekauft und offroad wagen alles hier im start kommen die jacht habe ich das auto den amg könnte gewinnen der der gleichen fisch an den amg hier ja einfach so umsonst mitgemacht ich habe einfach aber ich will doch dass ein bisschen wettbewerb hier ist bei uns jungen auf jeden fall freut mich das umsonsten was all den amg gewinnt gewinnt und träumst du denn nacht ok und dann hat man könnte mal auf das boot drauf gehen das habe ich extra von touren gemietet seine fette jacht weil die zwei autos werden wir sogar mitnehmen auf dem boot leute ich werde das jetzt dann geht's los so leute ich hoffe ihr seid bereit für den angela umgucken fast nichts an sonst wird touren sauer ja ja ich gucke jetzt mal ganz kurz ob die autos hier richtig verladen wurden nicht dass wir jetzt hier gleich ohne die autos losfahren leute so leute perfekt die autos sind hier verladen das heißt es kann losgehen aber mir ist da oben alles gut alles super mein gott spiel gerade fast umgefallen so ich würde sagen los ins fischgebiet leute okay amir sehr gut gibt gas alter amir ist max ja ja was los was eben bild runtergefallen von toren mein gott okay das muss ich tun dann erklären dass du dann kaputt gemacht hast sag ihm ist was du sag ihm ist doch rustig ja warum machst du jetzt unseren urlaub hier kaputt so leute amir fährt das ding ganz entspannt das heißt wir können uns hier oben so schön auf entspannt ein bisschen sonnen leute so muss das sein amir ich würde sagen ich habe dir die koordinaten eingegeben da schon ja da kann man da in das camping fischgebiet rein kein problem ich habe so bock ich freue mich so mit den jungs zwischen zu gehen wir mir einfach die dickste jacht überhaupt am start von touren dem ehrenbruder bekommt es such dir drinks aus wo dich ein bisschen aus mag er ist einfach ein billiardtisch bro ja ja was los lassen roter knopf darf ich da auf drücken nein nein keinen roten knopf drücken was weiß ich auch schnell oh mein gott oh mein gott okay leute wir sehen uns gleich wieder wenn wir im angelgebiet sind hey jungs alles aussteigen wir sind angekommen so hier sagt leute ja wir sind im angelgebiet hier im camping geschlecht alter der rote knopf war zu viel max ja was los ist dir bewusst wo wir uns gerade befinden was ist denn hier beim blue weißt du was das heißt nein was denn mein munke es gibt die kreaturen die einfach dessen gleichen suchen das wird gefährlich keine ahnung was du schon der laber ich weiß ob wir da irgend china schnapps von touren auf der jacht gefunden hat aber komm steig mal alles einsteigen uns den arm gehen lassen wir hier stehen dass der preis für den gewinner wir nehmen jetzt hier unser offroad auto extra gekauft ihr für den camping ausflug und jetzt geht's weiter leute wir suchen uns jetzt so eine richtig schöne fishing stelle raus so schau mein gott guck mal wie kann man sich nicht mehr fisch der kommt mir die fische nur so immer ganz entspannt bleiben sind genug für alle da wie cool das ist das auto ist hier echt geil aus muss man wirklich sagen überall drüber fangen können mit diesem chip ist das perfekte auto dafür das geht nicht gut doch alles gut das ist das perfekte gut das der kann das krass so der hat hier sogar noch so ein knopf extra um so steile sachen hochzufahren ist das auto bitte schon geil digga habe ich was gutes gekauft und jetzt guck mal hier ist die perfekte stelle hier richtig schön in der mündung so alles aus wie weg von mir hast du geh weg von mir und hier noch gar nicht ausgestiegen gleich bei dir junge jetzt hört mal zu ihr erzählen wir machen jetzt ihren fisch wettbewerb jeder schnappt jetzt eine angelroute die im auto drin ist und jeder darf jetzt einmal angeln hier von uns und wer den besten fisch angelt hat gewonnen okay okay gut dann würde ich sagen schnappt euch alle meine angel und dann wird nacheinander geangelt dann schauen wir das beste raus zieht ich würde sagen amir du fängst an okay kein problem mir hast du überhaupt genug kraft um fisch rauszuholen ich glaube nicht oder ist ein lauch digga der kann goldfisch angeln so kann doch mal lieber ruhig ich werde einfach ein delphin jetzt angehen so ein ding ist das okay amir angelt ich habe was dran ich habe was dran was am haken etwas am haken etwas am haken ich muss gleich raus ich muss gleich raus ich muss gleich da kommt einfach gar nichts raus einfach nur seine angel zerbricht so eine schmal ich mach das jetzt mal mit dem fisch hier raus damit ich mich nicht schämen muss mit euch seid ihr bereit jungs ja komm macht so leute ich habe die gute jetzt einfach dran glauben und 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 warum was hat es ja drückt mir die da um jetzt 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 ich habe was ich habe was aber immerhin habe ich was bekommen haben wir du hast nichts zu kommen einfach ein schrott reifen das kann ich aber im golf drauf klatschen oder jungs ich schäme mich jetzt zeigt euch mal der papa wie das hier geht ich habe ja auch diese bessere carbon spezial lang so jungs ich zeige euch jetzt mal wie das geht so ha ha jetzt zeige ich euch wie das geht okay ich habe die spezial angel und spezialköder dran okay warten war ich glaube ich glaube da ich glaube da was angebissen etwas angebissen erst ich bin profi bro erst mal ein bisschen angel geben man muss ja immer erst ein bisschen angel geben oh jetzt 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 ja oh mein gut oh mein gut ich hab den hammer hier raus gezogen oh mein gut also leute ihr seid ja richtige opfer ne oh blöd tricks macht doch kein auge das ist wirklich krank ja gut dann ich hätte euch ja wirklich gern den amg geschenkt aber ich habe einfach den dicksten hier gezogen er hier schmalspuren macht mal ein bild von mir mit dem haus ich mache hier so russen hocke vor dem haus let's go let's go ein paar coole fotos jungs für instagram ja 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 verlinkt mich aber so ich bin der angelboss digger so stelle ich mal kurz zum auge hin auf die rechte seite ein egal jetzt haben wir genug fotos gemacht leute ich hätte euch ja wirklich gerne den arm gegeben aber ihr habt einfach scheiße geangelt vielleicht klappt es ja beim nächsten mal jungs das ist komisch aber das ist spaß gemacht vor den gewässern ja autoren hier ist max hast du meine nummer nicht gespeichert oder was ok du tun ich habe so eine ich habe eine kleine überraschung hast du hast du zeit hast du etwas vor okay dann würde ich sagen ich komme ich gleich abholen ja bis gleich ja ich warte von dem parkplatz ok leute wie nice ist das denn touren ist am start der hat heute zeit und er hat gerade schon gesagt er wartet vorne am parkplatz weil ich gesagt habe ich komme ihn abholen er denkt ich komme ihn beim auto abholen aber leute seht ihr das da ich komme ihn mit meiner neuen jacht abholen leute die haben wir doch letztes mal geklaut von diesem jacht millionärs club idioten da die haben wir den abgezogen und wisst ihr was ich dachte mir ich behalte die jacht einfach und deswegen habe ich mir noch so einen kleinen steg hier hinten bauen lassen also wir haben so gesehen unser haus sogar noch ein bisschen erweitert das habe ich jetzt hier quasi noch für euch als kleine überraschung ich habe mich in den letzten tagen deswegen war ich ja nicht viel zu hause bei mir die waren nämlich die bauarbeiter ich habe hier so ein steg bauen lassen und wisst ihr was ich würde sagen wir gehen jetzt einfach mal runter dann zeige ich euch das mal weil jetzt können wir einfach immer unsere eigene jacht hinter unserem haus parken wie geil ist das denn leute let's go so leute ich zeige euch jetzt mal wie man da runter kommt man muss einfach nur hier so runter laufen dann hier am strand wer ist hier hallo das hier privatstrand die haut mal ab jungen verpisst euch immer von meinem privatstrand und dann geht man hier so durch so durch diesen secret bush und dann leute hier unter meinem haus entlang hier waren wir auch noch nie hier bis so einen weg bauen lassen von den handwerkern und jetzt leute jetzt ist man da wie nice hier habe ich auch so ein paar stühle so ein sonnenschirm hingebaut hier kann man auch chillen so keine ahnung irgendwie pfeif rauchen mit den jungs oder so auf ganz entspannt man weiß ja nicht hier ist mein haus und jetzt leute kann man hier einfach auf meine jacht steppen alter leute einfach zu nice ich weiß nicht wie viel das ding kosten würde wenn man sich das so kaufen würde wie gesagt wir haben es ja geklaut von diesem jacht millionärs club idioten da und ich würde sagen wir gehen jetzt mal auf das boot drauf und dann würde ich sagen fahren wir jetzt damit erstmal zu touren dem alten paul berger das gute ist ja der wohnt ja auch da direkt am hafen das heißt wir können einfach direkt quasi mit dem boot vor seiner haustür hin fahren leute let's go erstmal hier schön einsteigen und und leute los geht es allein das sieht ja schon so geil aus überlegt euch das mal man hat hier seine fette strandfiller und dann fährt man hier einfach mit seiner jacht aus seinem eigenen quasi kleinen hafen raus und jacht kick da und ab zu touren let's go leute wir sehen uns gleich bei touren wieder ey leute ich bin so gespannt was touren gleich sagen wird das wirklich so nice ich kann wirklich jetzt nicht nur mit meinem auto sondern ich kann wirklich jetzt immer mit meinem boot zu touren fahren guck mal hier ist ein tempel schon wir sind hier mitten am hafen in der stadt in los santos so zack da schön hinfahren wir müssen mal gucken wo man hier am besten halten kann das ist ja wirklich so cool hätte auch einen eigenen steg eigentlich müssen wir touren mal ein boot schenken das wäre eigentlich voll das gute das wäre so ein schönes geburtstagsgeschenk für touren oder weihnachten mal gucken so sagt dann parken wir das ding einfach mal hier und einen einen schaff das boot nicht kaputt machen so kommen hier rein parken und das geile ist tun weiß einfach noch gar nicht bescheid der weiß noch gar nicht was abgeht der denkt komm jetzt hier mit dem auto angefahren so zack zack dann immer schön hier runter ich hoffe das boot dass das fährt mir ziemlich weg weil ich habe hier keinen ankreis raus gemacht aber das wird schon passen laufen wir mal schön hier hoch oh mein gott guck mal da vorne steht schon sein gelber toulos sein urus von touren da steht er schon warum hast du den typen hier gerade umgenietet er hat zu mir gesagt mein hemmt sieht zeit aus nein dein hemmt sieht voll gut aus touren du kriegst nicht kacke aus und kommst du bist ein wunderschöner mann dann geht sie mag so etwas geht mir heute hat was gemacht heute ist das kein auto dabei ja dann kommen wir fahren beim toulos nein 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 ich habe doch gesagt ich komme nicht abholen ja aber womit wir ab und mit klagen oder was ja ich habe da vorne um die ecke geparkt kommen mit leute er denkt einfach denkt einfach immer noch bin im auto gekommen so einmal hier um die ecke so zack hier vorne nicht hier links auf dem parkplatz sondern hier hier habe ich gepackt wo ist dein auto denn ich bin bei einer jacht gekommen ja ich habe mir eine jacht gekauft mehr oder weniger wie nice ist das denn also ab sofort die darf gar keiner mehr smile nenne nein 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 ja sowieso nicht sowieso nicht überleg mal wie praktisch das ist das habe ich gerade eben erst gemerkt ich habe mir auch ein steg bei meinem haus bauen lassen und wenn du jetzt auch noch ein boot hättest dann können wir einfach immer mit unseren boden uns besuchen kommen und mit laketenwerfer vielleicht finde ich da was schönes für dich mal schauen wir müssen nicht mal mit unseren autos fahren und weißt du was ich dachte wir haben heute mal wieder so einen richtigen touren und max tag ne leute feiern das auch immer wir machen heute mal wieder so einen richtigen touren und max tag ne setzt mal irgendwo hin oder bleib stehen oder whatever wie du willst dann würde ich sagen fahren wir jetzt hier mal los ich habe mir auch schon so ein paar schöne ort raus du gott war mal ich muss hier machen muss ich erst mal rauskommt das boot ist zu groß dass hier ein schmalspur stegmann deswegen kommen wir kein boot bisher holen ja stimmt das ist hier zu klein für so schöne boote ja sie genauso vielleicht können wir eigenen steg bauen haha ich fühle mich wie auf titanik wir hoffen dich nicht hoffentlich nicht hoffen ich bin dabei ja was die leute kummer tourn lässt sich da vorne schön sonnen so muss das sein magst du tun und auf jeden fall tun ich habe mir so ein paar schöne orte schon rausgesucht wir fahren jetzt meine schöne bucht rein und da da gehen wir ein bisschen können wir tauchen können wir chillen leben genießen gut da sind vielleicht auch ein paar schöne ladies am start die wollen bestimmt zu uns auf die jacht kommen party machen ja wie sei das zu noch mal eine mama kennenlernen du bräuchst eigentlich meine mama noch für tschung okay dann würde ich sagen let's go tourn wir fahren jetzt so meine freundin wir sind jetzt hier gleich angekommen ich habe hier bei so einem reiseführer geschaut dass hier voll die schöne bucht ist ein tun guck mal da vorne sind auch andere hoffentlich sind das mädels hoffentlich sind das mädels sie können wir bestimmt klar mal das sind doch mädels oder ja das sind wirklich frauen mal kommen wir lassen mal direkt an flirten hier die stimmung unsere men haben eine größere jacht hey was soll das hier wir haben hier die wir mir die größte jacht ich bin ich bin leis ja ne kein ton da und da hat kein gemeldet ist beliebt wir sind reich und berühmt kommt zu uns auf die jacht nach ihr seid ihr seid nicht unsere typen fahrt weg zieht mal ab los was sind das denn hier für mädels kommen wir auch alles klar ich krieg kein korb okay tourn hat einfach die grad in die luft gejagt nur weil er gekorbt wurde ich wurde nicht gekorbt nee nee dass du wurdest nicht gekorbt die hat nur die wir hätten die keinen bootsunfall gehabt dann werden die zu uns gekommen ne leute also ich ja alle frauen niemals touren den korb geben der gut ich würde sagen wir werfen hier gleich mal den anker aus wir fahren hier ein bisschen an strand dran guck mal da links sind schön aus was richtig schön kommen da hinten haben wir so einen eigenen privatstrand hier das ist so eine schöne landschaft hier nur das human labs dieses labor da oben ist ein bisschen schade dass ich mal hier das human labs ja da oben ist das human labs ja max weißt du was ich mal gehört habe wie was hast du gehört es soll unter wasser ein geheimgang für human labs geben das sind ganz ganz viele geheimnisse bei homen labs das wäre ganz krank warte warte ich muss kurz anke rauswerfen sonst fährt das boot hier weg ja 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 okay leute anke ist draußen boot ist befestigt das geht jetzt hier nicht mehr weg aber sei mal ehrlich sollen wir nicht einfach mal hier ein bisschen mehr leben chillen kommen wir können uns hier hinhauen ich habe auch einen grill dabei wir können hier grillen bisschen was trinken schönes bierchen was hast du denn hier für eine liste touren ich glaube doch immer was dabei magst grad human labs da gibt es ganz ganz spezielle experimente die durchfühlen habe ich gehört von informanten aber es wird gesagt zeit in dieser einer wocke von ja alles gesperrt du kommst nicht mehr allein aber es soll wohl ein geheimgang geben der nicht zugemacht wurde weil der unter wasser steht ja aber ist doch egal weil ich will oder hä was willst du jetzt ins human labs einbrechen oder was ist wieder überweis für uns ein bisschen aktion ich weiß nicht lass doch einfach chillen oder ein bisschen kein problem ich habe vergessen du bist ein bisschen länder geworden ja ich bin ein bisschen rennen da lasst du einfach mal hier ein bisschen entspannen schön sonne genießen hier hinschillen wie schön ist das einfach mal wirklich hier mit meinem besten freund heute den schönen tag hier zu genießen schönes wetter schöne jagd wo es eigentlich früher immer mehr war viel gearbeitet mehr oder jung war okay krass krass warte mal siehst du das da da ist ein hei da ist ein hei da ist ein hei alter pass auf mittag essen touren pass auf das ist ein hei ich war haijäger kein problem er war haijäger oh mein gott touren hat er gerade touren gefressen nein 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 der schwimmt da du anlass dich nicht beißen ach du scheiße ach du scheiße touren pass auf mein gott leute touren ist ganz krank der fängt ja einfach streit mit dem hei an oh mein gott das wird zu krank ich gehe auf mein boot das wird zu krank nein 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 leute touren touren wo bist du wohin hat der hei grad nein warte warte touren touren hallo hallo wo bist du hinter dir hinter mir ich sehe dich nicht jemals bist du da bist du hast du hast du einfach abgestochen hat der ist abgaben max kumas gefunden habe wie was hast du gefunden touren oh mein gott leute was was will was will touren mir grad zeigen touren was willst du mir zeigen hier ist da wieder ich habe gar kein messer dabei ich habe gar kein messer dabei was hinter uns was ist da da jetzt in die richtung er meint hier hinter ach du scheiße sollte hier schwimmt die ganze dieser high rum ich habe echt angst vor dem hier ist ein tunnel hier ist doch gesagt komm jetzt rein ich weiß nicht ob ihr leute schreibt mir in die kommentare sollen wir da reingehen ich wollte doch heute nur einen chilligen tag machen mit meinem besten freund mein gott mir geht auch gleich touren mir geht gleich die luft aus und guckum weiter spring weiter spring du habe keine pille dabei luftpille nein hier 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 okay warte warte nimm ist es hat und heißt da oh mein gott oh mein gott touren hast du noch messer kannst du mir messer geben ja 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 komm ich mir schnell messer gibt mir schnell messer hier leute wir jetzt auch ein messer davon ist er kontor hast du ihn erwischt ja 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 okay sehr gut ich glaube der soll jetzt mal weg sein nein 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 andere richtung oh mein gott was hat touren auch hier für für luftpillen aus china aber die funktionieren wirklich kann ich voll ab unter wasser wo sind wir hier was das hier für ein tunnel unter wasser wie klasse oder das ist komplett krass wir sind die einzigen jetzt ein kommen oh mein gott man diese geheimtunnel an was aber was erwartet uns hier und ich auch nicht wissen was ist das hier der delphin hallo der ist tot der delphin ist tot hallo lebst du noch gleich vom heilgeflässer der ist tot ich habe ihn angestochen er reagiert nicht alle gut war bei süße ich hab mich gerade voll erschrocken ja du angsthase da ist fische warum sind denn hier so komisch und die sind alle tot tourn was wenn das wasser hier giftig ist wenn die ganzen fische hier tot sind weiter es hat in ordnung zu sein bisschen salzig wir müssen die durch stimmen alter leute das zu krank aber wenn die fische hier tot sind irgendwie macht mir das ein bisschen angst wenn ihr tot das wäre krass wenn hier ein schatz wäre ja mal gucken was wir finden wir sind auf satzjagd äh touren denkst du wir sind gleich da hier ja wir müssen gleich okay komm 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 rein da was das oh mein gott das ist eine riesenflosse was ist das was ist das was ist das was ist das was das muss hier weg ich muss hier weg ich muss hier weg nein man nicht angreifen du darfst dich an oh mein gott oh mein gott touren ich glaube du hast den haie aufgeweckt du hast ihn aufgeweckt komm hier weg komm hier weg komm hier weg komm hier weg ach du scheiße wir müssen wieder raus wir müssen wieder raus max das ist ein nummer zu groß für mich ohne minigun brau 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 warum warum stichst du denen an der hat doch geschlafen gerade noch komm 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 ich muss essen scheiße 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 ey leute ganz schnell raus hier ganz schnell raus hier ich habe richtig schiss dass dieser riesen irgendwas gehört ach du nein ach du scheiße ach du scheiße ich glaube der verfolgt uns jetzt ich habe gewusst irgendwas stimmt hier mit dem wasser nicht das macht irgendwie okay okay das ist nur wieder dieser delphin irgendwie leute ich glaube dieses wasser hier ist vergiftet von human labs labor deswegen ist da irgendwie so manipulierter gegen mutanten oder so keine ahnung kommen jetzt erst mal schnell raus hier hey tourn tourn wir haben es geschafft wir haben es geschafft schnell schnell raus schnell raus oh mein gott 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 alter hast du gesehen wie riesig der ist größer als unser boot komm hier schnell weg schnell weg schnell weg schnell weg schnell weg an land an land an land an land alter was ist das das nur zeit mega dolorn oder irgendwie sowas wie die dinge heißen wo kommt der hell auf einmal kommen an land kommen an land kommen an land turn 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 kommen dem minigun dem minigun ja du hast doch erfahrung du bist doch haifänger oder so hast du doch gesagt was macht hast du schon mal so ein haifänger das kann sein das kann sein wo ist er wenn du ihn siehst lass ihn abknallen da ist er da ist er kommt turn turn machen weg wir machen das tun soll dann noch dann noch ich glaube wir haben getötet ich sehe nichts mehr weil ich immer gucken unter wasser er hat und die flosse die flosse ist noch da nicht ins wasser nicht im wasser nicht im wasser nicht im wasser jeder weg geht er weg geht er weg geht er weg der ist ultra krank der heil okay jetzt ich habe angst leute was was ist das für ein riesen ding allein die flosse ist so groß wie die jacht hier weg 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 ich habe keine ahnung was die im jugendletts gemacht haben alter was machen die geben den testosteron ja ich war keine ahnung testosteron ist wahrscheinlich auch das geringste problem aber tun alles gut ich glaube wir uns geschafft wir uns geschafft einfach weg hier einfach weg ich habe mich gar nicht an ja sehr gut ich glaube boot geht auch noch so weit so gut der mutter 1 da ist er wieder da ist er ab schießen ab schießen ab oh mein gott das gefühl die nicht an macht gar keinen unterschied dass die macht gar nix gar nichts macht gar nichts macht gar nichts kommen einfach weg hier einfach weg hier ist ein boot der darf das boot nicht hauptsache der darf uns nicht kaputt man dann ist alles gut kommen wir sind schneller wissen schneller als der hat er macht nichts alles gut tun das war richtig knapp das war richtig gewesen was passiert wenn der weiterkommt der kann der hause angreifen stimmt man wir müssen wir müssen irgendwie jagen wir wurden ja bei wir wollen ja beide am 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 meer der kann unsere hause unsere häuser zerstören wir können nicht leben lassen aber wie wollen wir den zerstören minigang klappen ich laketenwerfer klappen ich glaube ich weiß wie wir den aufhalten können ich glaube das geht nur wenn oh mein gott das aber ein bisschen riskant das ein bisschen riskant ich glaube wir müssen es irgendwie hinkriegen nein touren tun gehen nicht ins wasser ach du scheiße oh mein gott hier sind acht haie oder so nein 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 komm vielleicht vielleicht lockt er auch so kleinere normale haie an ach der ist ohne witz guck mal da sind ganz viele haie wie jetzt alter pro 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 was geht der lockt ganz gut unter wasser bist du lebensmüde touren die sind nicht hier guck da hängt den nein das sind delphine nein Achtung er kommt wieder Oh mein gott oh mein gott oh mein gott Alter aus dem nichts aus dem nichts komm wieder auf boot Guck mal auf boot schnell 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 der ist hier bei uns Oh mein gott der wollte grad beißen Alter das war richtig knapp Was machen wir gegen den Das war richtig nah Guck und Minigang machen nichts guck Ach du scheiße der lauf das Boot Oh boot Ach du Kacke Ich fahre weg ich fahre wieder weg ich fahre wieder weg Leute Max bin runter gefallen der hat mich unter gespissen Oh mein gott oh mein gott Ey komm 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 wir müssen hier weg wir müssen hier weg Gib Gas, gib Gummi. Lass uns als Peter bei dir zu Hause überlegen, wie wir den zerstüllen. Ey, tu an, tu an. Der fährt nicht mehr. Der Motor springt nicht mehr an. Nein. Ich geb dir Vollgas. Ich geb dir Vollgas, aber es passiert nichts. Nein. Oh, nein, nein, nein. Der hat den Motor im Arsch gemacht, der Idiot. Oh, du Blödmann. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Guck mal, meine Schüsse plallen ab. Da passiert nichts. Das bringt gar nichts, Mann. Das ist dein Haus zu dick. Ey, ey, tu, check mal, ob du empfangen hast. Vielleicht kann ich rustig mit dem Heli erholen oder so. Ja, ja, ist eine gute Idee. Vielleicht kann rustig uns mit dem Heli hier abholen. Nein, Merck, sie haben kein Netz hier. Ach du Scheiße, Mann, warum ist denn hier nicht mal empfangen? Ey, Leute, wir haben keinen Empfang. Wir kommen hier nicht weg. Ich greife ihn vor, Lahn, aber das... Was machen wir? Ich glaube, ich verärgere ihn nur noch mehr. Ich glaube, ich verärgere ihn nur noch mehr. Merck, deine Haut ist zu dick. Die Haut ist zu dick, aber ich habe eine Idee, Touren. Was denn? Wir müssen... Es ist riskant, aber einer von uns muss irgendwie einen Haftbaum in seinen Mund reinstecken. Von innen kann man den bestimmt irgendwie verwunden oder eine Granate oder so. Aber die Zunge, das einer Stipp ist so groß. Das ist richtig groß. Scheiße, sollen wir... Okay, ich mag das, ich mag das. Machst du das, Touren? Ich mag das. Okay, dann gib mir den Zünder für die Haftbombe. Du springst runter. Du musst versuchen, einen in seinen Maul reinzustecken und ich werde die Scheiße dann zünden, okay? Okay, bist du beleid? Oder nein, weißt du was? Einer muss ihn ablenken. Ich komm mit, ich werde ihn ablenken und du wirst das machen, okay? Komm, wir müssen jetzt beide runter. Dann drei, zwei, eins. Let's go! Oh mein Gott, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Du musst versuchen, an seinen Mund zu kommen. Ich komm in seinen Mund. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh! Ah! Ja, ich bin gling, 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 gling. Oh mein Gott, er hat gemacht. Er ist in seinen Mund drin. Okay, okay, dann weg, da. Versuch dich zu retten. Wir müssen weg von dem, wir müssen weg von dem. Versuch dich zu retten, versuch dich zu retten, Turm. Scheiße, 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 scheiße. Nein, komm aufs Boot, komm aufs Boot. Ich gebe ihm noch einen Stich. Verpitz dich von meinem Boot, Junge. Max, du musst weg. Warte, warte. Er zieht mich runter. Er zieht mich runter. Max. Komm. Thuan, zünde die Bombe. Zünde die Bombe. Nein, nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, er ist gestorben. Wir haben ihn. Wo ist er? Alter. Thuan, glaubst du, er ist tot? Glaubst du, wir haben es geschafft? Warte, warte. Guck mal. Achtung, pass aber auf, pass aber auf, pass aber auf. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Oh, stopp. Er ist kaputt. Ich glaube, wir haben ihn. Oh mein Gott, ja. Die Augen sind auch, der bewegt sich nicht mehr. Alter, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott, Max. Ich gebe dir mal noch. Wir sind die Krassesten. Wir sind echt die Krassesten. Alter. Ich glaube, man kann ein ganzes Land ein Jahr lang von dem ernähren. So groß war der hier. Uh, lecker. Oh, es ist so ein Rohm mit der Zillisauce. Komm, komm, komm. Wir gehen wieder aufs Boot. Komm, wir hauen hier ab. Wir hauen hier ab. Das ist mir zu krank, das ist mir zu krank. Alter, ey, Touren, wir haben es geschafft. Wir sind die Besten, Mann. Wir sind die wirklich die Besten. Ey, zum Glück habe ich hier. Warte mal, ich habe noch eine Champagnerflasche hier mit dabei. Yeah, Touren, guck mal, ich habe eine Champagnerflasche. Wir sind die Besten. Wir sind die Allerbesten. Wollen wir da hin, komm, Mann. Hier spricht das LSPD. Am Boot stehen bleiben beide. Ja, was wollt ihr hier, Polizei? Oh, woher? Ja, ich rede jetzt. So, hier ist die Sperrzone von einem Kilometer. Ihr habt euch sofort zu entfernen, sonst werden sie festgenommen. Ja, ist ja gut. Wir haben es wirklich kaputt machen. Nein, 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 Touren, scheiß drauf. Kommen wir hauen ab. Alles gut. Ja, okay, wir hauen ab. Denn die müssen, was sie abgeben. Ja, okay, ist ja gut, Officer. Tschüss, wir gehen. Ja, gut. Ja, gut. So. Ey, man, die ist egal. Sollen die sich hier mit dem Hai rumschlagen, der da unten noch fliegt? Oh, ich bin runtergefahren. Oh Gott, oh Gott. Duhan, komm aufs Boot, Junge. Ah, der Hai lebt wieder. Wie, wie? Dann komm, komm, komm. Wai, wai, wai. Na. Ey, Touren, du machst mir ja Angst, Leute. Ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Lass dein Like unter, wenn ihr das Ganze gefeiert habt. Ich wollte eigentlich einen entspannten Tag mit Touren machen, aber war doch wieder ein bisschen mehr Action, so wie man das halt kennt, Leute. Und dann würde ich sagen, bis dahin. Haut da rein, Leute. Euer Crymax. Bis zum nächsten Mal.